Guck mal, dann musst du schon mal den Link von Gartik von hier reinpassen. So. Hansi, Nico, direkt da. Hallöchen Hansi. Habt ihr euch mal einen Chat auf, damit ihr mitlesen könnt? Ähm, bei dem ploppe ich mir besser aus. Weil sonst seh ich, was du zeichnest. Ah, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Du kannst auch nur den Chat anzeigen lassen irgendwie. Aber das passt schon. Hallo Gamebear. Stimmt, stimmt, das ist richtig. Genau, du kannst auch das Bild so klein machen, wenn du den Chat siehst oder sowas. Oder ganz links ziehen oder sowas. Hallo Wolfi, hallo Lev, ihr süßen. Schön, dass ihr schon da seid. Ihr könnt gerne oben auf den Link draufdrücken, wenn ihr mitmachen wollt. Ich denke mal 14 Spieler, also 10, mehr kriegen wir glaube ich nicht zusammen. Ihr könnt noch höher machen. Reicht auch, das dauert dann sehr lange. Ja, aber ich meine so, es geht ja. Das stimmt. Ich will auch, dass ihr mitmachen könnt. Mal gucken, ob mein Glück das Lurken wieder zuschlebt. Mein Glück das Lurken ist nice. Ich mache noch eine Runde Lore und dann komme ich. Alles klar, kannst du gerne machen. Aber die Postkartenverlösungen sind heute zwischen den Spielen jeweils. Also nicht verpassen. So, Nico ist schon mal da. Hallöcher Nico. Hallo Katzi, danke für den Lurki. Hallo Katzi, danke für den Lurki. Katzi ist noch bei einer Runde. Debutiere oder sowas. Irgendwie sowas. Gamebear, danke für den Billi. Dankeschön. Checking with Katzi. Am Vieh schreibt was. Lurki. Ich zocke nebenbei. Okay, alles klar Nico. Viel Spaß. Danke für den zweiten Monat Ronnylein. Dankeschön. So guten Abend uns zusammen. Dir auch. Guck mal, ich habe hier drei wunderschöne, süße V-Tuber dabei. Ich bedanke mich schon mal an alle drei, dass ihr euch Zeit für heute nehmt. Ich bedanke mich, dass ich mit sein darf. Ja, vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Nein, nein, ich bedanke mich, dass ihr da seid. Ihr seid so süß wie immer. Ich bitte hallo. Ja, genau. Ich kipp mal jeden ein Shout, damit ihr wisst, wer das ist. Einmal Amper. Ich mache mir nach und nach, weil ich muss dieses Ding da... Das ist ein richtig cuter Name, aber ich schaffe es irgendwie nicht. Da ist Green Amper. Okay. Ich finde es so cool, dass dein Collab-Partner da auch eine grüne Haut dann hat. Ja, nein, nein, nein. Schön für den Follow. Ja, genau. Schaut gerne bei den drei vorbei. Die sind so süß. Es sind echt liebe Menschen, deswegen guckt ihr Geld vorbei. Ich mache es mal jedem in den SO, bevor wir anfangen. Soll ich bin ich nicht. Nur so warten, bis das vorbeigeworfen ist. Wir beißen nur so... Lange das einchecken, Jarisch. Ich sage immer wieder, ich bin das Böse. Ohhhh. Hab mein Herz im Ball eingegeben. Ne, noch mal ein Mann. Alles in den roten Augen, Andy. Äh, 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 äh. Äh, Andy. Irgendwie leckt der Shoutout gerade. Nein, der Clip. Ja. Aber es geht schon. Jaaaa. Danke für den Follow roten Augen. Danke schön, du Süßer. Nein. Ich weiß nicht, warum der Shoutout leckt, aber ist nicht so schlimm. Hab ich auch manchmal. Obst, ey, nee, soll ich nicht. Nur so jetzt. Ich hab jetzt irgendjemanden Shoutoutet. Wer ist denn Niji? Die spielt irgend... Oh, was war krass. Oh, das ist Ozu, glaube ich. Ich hab auch gesagt, wenn jemand anderes geht, Shoutout damals, egal. Ähm, sie hat's wohl drauf anscheinend. Haha. Haha. Niji, hast du einen zweiten Account, wo du das richtig krass spielst, oder was? Ich geb's zu, hier. Voll die krasse Ozu und unsere Spieler. Ist das Ozu, das ist ein anderes Spiel, oder? Ja, doch, das Ozu. Das gibt's auch, okay. Das gibt's auch, okay. Ah. Okay, okay, dann geht das wieder, dann geht das doch. Okay, okay, okay. So, jetzt kommt die richtig in die G-Cat. Oh. Nur, ähm, nochmal, mein Ding hängt wieder fest. Okay, ganz schön. Ähm, nee, das ist gespackt gerade. Ich muss eben's nochmal neu laden. Das hat aber so ein Problem bei dem Clips. Ich glaub, das soll's. Ihr habt bestimmt mal grünen Bildschirm gestreamt. Haha, genau. Ähm. Wir sind alle sehr professionell, oder wie war das? Das soll nochmal, das soll's klappen. Genau, das, Michi. Ich find übrigens, dein, 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 dein Zauberhut, Michi. Der ist mega cool. Ja. Ich find den so süß. Kannst du ihn mal ganz kurz anmachen? So ganz kurz? Hä? Ja. Guck mal, guck mal ihren süßen Hut an. Guck mal, boah, der ist mega süß, oder? Ich lieg den Hut einfach. Ich lieg den Hut einfach. Verursacht der Tunnel eine digitale Verschiebung. Das sieht aus. Vielleicht gehört der doch zugesperrt. Das sieht, das sieht aus wie als wenn da einfach so ein riesen Primo-Jam dahinter hängt. Follower wird bei einem, genau, genau, genau. Alle mal bitte Follower lassen mit dir, wenn ihr wollt, ne? Das ist Latin Flupi. Danke schön für den Follower. Hab ich, ich war falsch zu. Ich hab so alle so komplizierte Namen. Alle so cute, komplizierte Namen, die ich nicht aussprechen kann. Ich hab bei allen, genau, genau. Ich hab bei allen, genau, genau. Niko Darsteller Achter. Oder? Niko, äh. Niko, äh. Niko der Achtes. Allerechteste. Ah, der Allerechteste. Oha! Habe ich's falsch geschrieben? Ist das so Latin Flup, oder Niko? Geht das nicht? Ähm. Bin ich, bin ich jetzt lost? Ähm. Latin Flup, ne? Ist das so? Große F, genau. Warum geht das nicht? Dann machen wir halt so einen Shoutout. Ja, To. Danke schön für den Follower. Herzlich willkommen, Cluster. Dann machen wir halt so einen Shoutout mit oben in Herzi. Ähm. Es geht eigentlich ja gerade irgendwann mal. Oh mein. Irgendwann hast du noch in die hinkriegt. Ich will jetzt schade. Warum geht das jetzt nicht? Ach so, vielleicht muss ich nochmal neu laden. Vielleicht wäre der Clip kaputt. Hahaha. Was mit Bast, wird Basten gemacht, oder wie war das? Ja, okay, okay, dann oben bitte drauf drückt, wenn ihr wollt. Also, das Latin Flup, leider geht der Shoutout irgendwie nicht mehr. Der Clip ist kaputt. Ja. Nee, warte mal, das ist doch da. Aber man sieht's nicht. Man sieht's irgendwie nicht. Herzlich willkommen, Cluster. Du bist jetzt auch so ein spezieller Vogel. Ganz spezieller Vogel. So, wir sind schon zu sehen, wenn ihr mitmachen wollt, oben ist der Link für Gartic Phone drinnen. Wenn ihr mitmachen wollt, drauf drücken. Die Verlosung kommt immer zwischen den Spielen. Noch nicht starten, bitte. Alles gut, ich hab noch nicht vor gehabt zu starten. Kommen Sie rein. Mein Kollege möchte auch. Alles gut. Und willkommen, I hate Kilian. Wie geht's dir? Wie steht fürs trinken? Trinken, trinken. Genau, wenn jemand trinken einsetzt, müssen wir alle trinken. Okay, das ist eine Regel. Okay. Okay, das wird der Qual. Ich hoffe, du hast einen cooldown drauf. Ich hab keinen cooldown drauf. Doch, doch. Ich hab keinen cooldown drauf. Ich hab keinen cooldown drauf. Ich hab keinen cooldown drauf. Du musst nicht aktiv sein für die Postkarte, reicht nur. Naja, du musst später reinschreiben im Chat, wenn du bei der Verlosung mitmachen willst. Ich mach drüber Marbles und Stream, da musst du Autofzeichen Play reinschmeißen und dann ja. Bitte nicht zu viele, bitte nicht zu viele, wie heißt es nochmal. Ja, genau, schön, schön, dass ihr alle Follows bekommt. Ähm. 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 Das ist richtig krass bei mir. Was soll ich jetzt sagen? Also, wenn irgendjemand zu laut ist, irgendjemand zu leise, bitte sagen, es ist schwer zu managen alles. Wie viele Leute? Ich. Muss ich da in den Spiel mit umweilen. Du musst nicht mitspielen. Du musst nicht mitspielen. Du musst nur ähm später bei dem. Niemand sieht, wer was technet. Marbles. Nach der Runde machen wir Marbles und Stream. Da musst du nur Autofzeichen Play reinschreiben und dann passt das schon. Ihr müsst nicht mitspielen für die Verlosung. Hallöchen, Soldat. Hallöchen, Hallöchen an jedem einzelnen, den ich vergessen habe zu lesen. Willkommen, willkommen. Ähm. Wir warten mal auf den achten Spieler. Der Kumpel anscheinend. Wir warten mal ganz kurz drauf. Ich will ja schon, dass alle mitmachen können. Wir haben keinen Zeitdruck hoffentlich alle. Ähm. Kann anfahren statt trinken auch eine Bohne essen. Immer noch nein. Wann starten wir und um was? Jetzt bei der Verlosung. Genau. Unten seht ihr ja schon das Bild von uns drei. Wir haben das schon länger in Planung gewesen, das Bild. Deswegen lad den Luf dich mit rauf. Ähm. Ich muss sagen, ich bin froh, dass ihr das macht und dass ich überhaupt da mitmachen darf. Das ist für mich schon eine Ehre. Ich freue mich, euch mit eurem Projekt unterstützen zu dürfen. Für mich stört es nicht. Für mich stört es nicht. Alles gut. Für mich ist es nicht stören, dass ich nicht damit bin. Also alles gut, dass ich nicht kann. Dann sind wir zu siebt. Das reicht doch, denke ich auch. Ähm. Diese Postkarte gibt es zu gewinnen. Heute fünf Stück. Aber insgesamt verlosen wir so 30. Mal gucken. Ähm. So ungefähr. Wir müssen mal gucken, wie viel genau. Genau. Ähm. Das ist die Postkarte, die heute verlost wird. Also könnt ihr gerne mitmachen. Ähm. Danke für die Hackpads. Und ich glaube, wir fangen jetzt an, ne? Haha. Mit sieben Leuten reiht das, glaube ich. Ja, sollte. Start. Und wir machen mal eben die, ähm. Oh, okay. Ähm. 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 Danke, Kidian, für den Follow. Wer, warum, warum, warum gehen die? Gegen dich? Egal. Ähm. Also, ich sollte jetzt den Bildschirm ausmachen. Oh, stimmt. Damit man es nicht sieht. Ja. Warum sieht man die, ähm. Achso, das Ding ist komplett kaputt. Man klickt, man muss man neutralisieren. Ich mach's mal aus, den Clip dort. Man sieht jetzt die ganze Zeit den Namen, ne? Und die Alerts? Was sind die Alerts? Ich muss ja mal... Ich hab's mal aktualisiert. Mal gucken. Aber wenn die Alerts nicht gehen, dann tut's mir leid. Ich kann jetzt die schon schnell fixen. Äh. 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 Ah, die erste Zeichnung. Okay, okay, okay. Ich hab hier was. Ich hab hier auch irgendwie... Oha. 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 Moment mal, ich muss mal gucken. Ich mach's einfach irgendwie, ne? Ich bin ja hier, äh... So, ne? Es passt ja. Irgendwie. Es passt schon, so. Oha. 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 Oha, mein Gott. Aber jetzt... Warte. Ich versteh's nicht gar nicht. Ich mach's einfach mal so. Ne? So, zack, zack. Und hier kommt das. Okay. Es ist so süß, wie Nietzsche ihren Kopf so zur Seite dreht. Ja, ne? Also alle, guck mal, guck mal. Ja, Nietzsche, oh mein Gott. Du guckst nach unten dabei. Ja, ich bin mich so was von talentiert heute gerade. Oh ja, das ist sehr schön, dass sie da gut sind. Aber ich glaube, ich bin eher cringe beim Zeichnen gerade. Mhm. Same, same. Mach mal, geht das da hier noch hin? So, oh mein Gott. Also Zeichnen kann ich denn überhaupt nicht. Ich will das noch üben eigentlich. Dass ich da auch mal gut wäre. Aber das ist immer nur so schwer, ne? Aber jetzt nicht mit der Maus zu zeichnen. Das ist eh nur mal was anderes. Oh ja. Das ist perfekt. Nun folge ich auch Nietzsche. Genau, genau. Schaut ruhig bei allen vorbei. Die sind alle super süß. Deswegen habe ich die auch rausgewählt, weil die sind alle einfach super. Oh Gott. Ich folge allen drei. Genau, perfekt. Und mich nicht. Müsstet ihr nicht Fluffy-Präsen hier picken? Dann müssen wir alle mal Fluffy vernaschen, glaube ich. Oh Gott. Was, wieso habe ich vernaschen? Was habe ich jetzt in deine Gestalt? Oh Gott. Es wird jetzt okay. Okay, okay. Ich muss dir glaube ich mehr Mühe geben. Aber ich dachte das erste Mal ist sonst okay jetzt. Oh mein Gott. Ich bin... Ich bin auch gerade so auf Kopf. Hilfe. Nee, also ihr habt ja bei einem Zeichentablet. Also ein iPad oder so was. Ja, aber dafür... Aber ich sag mal, soll ich mit der Maus zeichnen? Oh Gott! Oh, ich bin nicht fertig gewesen! Ich hatte keine Zeit, alles gut, alles gut. So gut ihr könnt, es ist ja nur viel Spaß jetzt. Übrigens, danke an alle, ich hab 300 Follower innerhalb von 3 Monaten erreicht. Gestern hatte ich ja meinen 3 Monatstag so gesehen. Das ist schon sehr krass. Über 100 Follower pro Monat ist schon sehr krass. Wieso, dass ich dafür nicht so klein bin? Aber verdient. Ähm, okay. Wie zeichne ich das denn jetzt? Ich bin überhaupt nicht gut im Zeichnen. Warum macht ihr das? Okay, okay, okay. Wie mach ich das jetzt? Ich bin der Satz alleine schon. Ah, okay. Ich schaff das, ich schaff das. Wie mach ich denn das jetzt? Und das ist aus. Oh mein Gott. Egal, egal. Ich mach einfach weiter, Leute. Ich mach einfach weiter. Okay, okay, okay. Ey, es sieht eher aus wie das andere ist. Äh. Äh, warte. Ähm. Alter! Nee! Also Tiere, also nee. Das gibt's doch nicht. Ich mach mal hier, ähm. Rechne ich das denn jetzt so, so. Zack. 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 Dann. Zack. Zack. Die Zeit ist einfach so hardcore. Ähm. Die Zeit ist auch normalisch. Ich kann es noch länger machen, wenn du wohl. Wenn man mich rufen soll, du kannst mich Fluffy nennen. Fluffy kann ich mich nennen. Fluffy kann ich mich nennen. Ja. Ja. Aber das sieht eher so aus wie Promo ist jetzt. Scheiße. Kann man noch zurückgehen? Ah, ah, ah. Ja, geht da. Okay. Oh Gott. Ohne Witz, ne? Das hier rechts sieht viel besser aus als das linke. Ähm. Ich hab das nicht. Ich hab das nicht. Dann mach ich das jetzt. Ah, ah, ah. Oh mein Gott. Oh. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab Lücken. Ah. Mach mal das rückgängig. Ah. Ja, ich bin, bin auch voll schlecht und Zeichen. Ja, guck mal. Guck mal, guck mal mich erstmal an, ne? Also, wie, wie sieht das denn hier aus? Ey, was mach ich denn hier für eine Kacke? Ah. Ah. Ich feiere das gerade. Das ist so lustig. Man kann es doch eigentlich öfter machen, ne? Mhm. Oh. Oh nein. Oh nein. Nein, nein, nein. Ah, ah, ah. Ich bin schon aufs Ergebnis am Ende gespalten. Das ist nochmal das Lustigste. Ah, Hilfe. Es guckte dich nicht, wie es soll. Ey, ich hatte keine Zeit, Löwen. Ja, Fluffy ist richtig. Genau so. Ja, perfekt. Oh, shit. Ah, nein! Oh! Was ist das? Äh, äh. Na ja, warte mal. Ähm. 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 Äh. Ich hab Dinge getan, die ich nicht machen wollte. Ist ja kurz so. Also, wenn ihr uns zeichnen wollt, ne? Ist ja richtig schwer, weil alle drei, ähm, rosa sind. Ähm. Am besten zeig ich dir Ampha mit Twintails, Niji mit so Zöpfen und mich mit kurzen Haaren. Ne? Damit wir das unterscheiden können, wer 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 ist. Ähm. Oh. Das ist das. Das werde ich irgendwie hinkriegen. Ey, was ist das? Was ist das denn? Ich weiß, ich kann das nicht mal richtig zeichnen. Das ist mein Problem, ne? Ich krieg das hin. Ähm. Ähm. Was ist das denn? Es tut mir so leid, Leute. Es tut mir so leid, Leute. Es tut mir einfach so leid, ey, dass es hier so aussieht. Das tut mir so leid, Leute. Ich kann das nicht besser. Es tut mir so leid, Leute. Oh mein Gott, lass ich mal weg. Alter, die richtige Friese hier, ne? So, die Friese ist real. Oh, und was hat, ich glaube, es hat diese Farbe. Ey, das Problem ist, ich muss sagen, wie es mir jetzt nicht aussieht, um das überhaupt richtig zeichnen zu können. Also, vielleicht ist hier mal, weil hier das Ding so ein bisschen nicht ganz so scheiße macht. So ein Muster drauf, vielleicht. Oh Gott. Ähm, halt, ähm, ja, okay. Also Leute, ne, wie viel gebt ihr meine Zeichnung hier, also ihr könnt ruhig ehrlich sein. Fast schon eine Million wert, oder Leute? Ich muss mal den, 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 den Schafel sind kleiner noch generell. Ist das, ist das, ist das, wie dick das Ding ist? Mach okay. Und das ist jetzt die dicke vom Ding, okay. Ich muss echt nochmal üben, ganz ehrlich, das gibt's ja nicht. Das sieht aus wie ein Vieh von SCP aus. Ja, ich weiß nicht, aber man kann's vielleicht erkennen, ja. Nein, 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 der frisst noch was, der frisst noch was, hat man vergessen, was er was frisst. Ich bin, ich, 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 ich weiß nicht, ob das Frau Peter nett genug ist, aber ich, ich glaube, es ist okay. Ich bin, ich k Falle, aber keiner kennt, was es sein soll. Verdammt, ich hab das vergessen. Oh, wie süß, wie war das denn süß, oh mein Gott. Ach, oh,質个 süß. ja 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 man kann mit mir ja ja okay im anzeigemodus mache ich manuell vorlesen mache ich ausstellungsablauf wählen sie aus das vorlesen anmachen vorlesen ok mach ich an ja wichtig sollen wir ja kann wieder im steamschall als da gehen wir ja also starten wir mal gucken wie kommst du ja so vorhaltige ok nie am fahrladen fluff und kaiko im klepp 3 ok nitiker gezeichnet für uns du bist hier ganz fällig geworden aber ganz ehrlich ist es so gut gemacht ne es ist so gut gemacht also sehr 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 schön ich hab mir nur gedacht ich hab mir nur die ganze zeit gedacht so oh nein zu pressen hallo panzi du siehst da ok machst du was machst du da draus jetzt bin ich gespannt latinslub ok mal gucken totoros familie ok warum nicht der kann ja sein hallo ich kann nicht zeichnen ja alles gut man muss man muss ich zeich mal hast du mich gesehen ich bin immer noch der meinung totoro frisst kleine kinder wieder immer mit dem mund auf oh das stimmt ne ja das wird gut möglich sein wer ist totoro wer ist totoro stell mal vor jemand hätte das zeichnen müssen ok weiter leute latin flop was hast du uns zeichnen lassen pferd ist keks pferd ist koggi koggi ist besser als meins der ist besser als meins man kann ich ja jetzt sehen ja wie geht es euch ein eigentlich heute pferd ist koggi das tut der krank perfekt sehr gut gemacht dann ja ok jetzt kommt ptaco Das hat sogar Farbe. Richtig krass. Ampfer? Ein Pferd ohne Schwanz frisst einen Keks. Okay, okay. Es ist peinlich, es ist peinlich. Es ist peinlich, es ist peinlich, Leute. Oh mein Gott. So cool. Ich weiß nicht, wenn ich mit dem Pferd zeichne. Pferd raucht. Pferd raucht, okay, ja. Na gut, ich hab's verkackt, ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Ampfer, was willst du denn jetzt zeigen? Eine Ente backt Weihnachtskekse. Ui. Okay, machst du was? Machst du da raus? Oh, okay, okay, okay. Ein Riesenkeks, lecker, lecker. Und wartet, bis Keks fertig gebacken ist. Oh nein, jetzt kommt ich wieder. Ich hab's verkackt, glaube ich. Guck dir mal meinen Huhn an. Das sieht ja richtig geil aus. Huhn wartet auf Essen. Oh Gott, nein, nein, ah. Alles gut, alles gut. Lass dich loben, okay, das machst du. Das ist süß. Oh, das ist voll süß. Wartet auf Essen sofort. Oh mein Gott. Was sind das? Pommes oder Nudeln? Nudeln in den Backofen gehalten. Hühnchen wartet auf Essen sofort. Spaghetti al Forno, überbacken. Why not? Okay, Nidhi Cat, was wolltest du der Welt zeigen? Katze in der Bäckerei. Katze in der Bäckerei. Das ist ja passend. Sehr schön. Hako, macht mal Platz. Ich komm gleich rein. Föhn sich, dass du gerne mit reinkommst. Also im Spiel, ne? Kannst du gerne mitzeichnen. Aber hier zwischendrin ist kein Platzwälder. Oh, knoppige Katze. Der hat aber die Curvys. Ja. Oha, oha, oha. Die Bäckerei ist aber, glaube ich, schwer zu sehen hier. Kaicho geht Eislaufen. Okay, 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 krass. Was? Du hast dir nicht gelockt, wie ich es wollte. Oh, wie süß. Lass mich so sein Kicheln. Konnte den Mann nicht schreiben. Fertig mal. Kaicho läuft auf dem Weg. Okay, okay, auch nicht schlecht. Na, kam Ampfer. Das sah so süß aus, glaube ich, ne? Guck mal, wie süß. Oh, guck mal. Oh mein Gott, das habe ich bekommen. So süß. Kaicho hat den Kopf, genau, ja? Kaicho geht den Weg entlang. Drei. Das ist eigentlich so süß, das gezeichnet. Nico, was wolltest du, was wir malen? Bei Latin seid ihr zwei links und zwei rechts. Ja, ja, ähm, ja, genau, also mal so, mal so, ne? Kaicho S. Kaicho S, genau. Ja, ja. S. Schmesser habe ich dich hinbekommen. Ja, ich, ich, cute. Toll. Kaicho oder so sagt S. Kaicho oder so sagt S, genau, das bin ich quasi mit dem Spy-Kahn hier. Ampi. S. Wie kann man so süß zeichnen? Kaicho spricht. Ah, das ist voll süß. Oh, Nici, ihr könnt beide so gut zeichnen. Wird was schreiben, aber der Satz war zu sagen, alles gut, Nico, passiert mal. Ist ja überhaupt nicht schlimm, guck mal, so was Süßes rausgeworden. Kaicho cute. Kaicho cute, danke schön. Oh, YouTuber trifft mich. Okay, machst du. Ja, ist richtig cool. Ja, ich, 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 ja. Was möchtest du dazu zeichnen? Kaicho im Wald. Ui. Oh, cool. Ja, guck, das, äh, ja. Luffy. Ja. Hey, hab ich aber erkannt, hab ich erkannt, ja? Ich hab nämlich für erst was erkannt. Nici. Ah, ich hab wieder Nici's Zeichnung. Das sieht besser als das Weiß. Nici karrt alleine im Wald. Nici hätte noch, ähm, genau so, ähm. Im Zöpfchen, ne? Jetzt bin ich gespannt. Ah, ist ja richtig schön eckig. Ja, ja, das ist Minecraft einfach. Ampfer im Wald. Ampfer im Wald. Schön, dass du alle mal im Wald war. Ja, das ist quasi Ampfer mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Twintake. Ampfer mit, 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 ähm, Zöpfchen dann, ähm, Lidigi. Mielecraft, genau. Wie geht das? Ja, mein Krieg ist intensiver. Ach, guck mal, da kommen noch zwei mit Trennanschein. Alle im Hals spaziert. Oh, kacktacko, was möchtest du und lass sie zeichnen? Kaicho schlägt Latin Fluff. Ey, 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 aber, 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 aber liebe, liebevoll, okay, liebevoll, okay. Ähm, ich, ich, ich schlage sie liebevoll und, ähm, ja, ne, also, also, ähm. Ich hatte keine Zeit dafür. Ich streiche sie ganz zärtlich. Halleluuny, wie geht's dir? Warum muss ich jetzt an dieses Bonk-Gefenken-Leistung kommen? Oh Gott, das ist ein bisschen hart. Das ist ein bisschen sehr hart, also, äh, ein bisschen sehr hart. Ähm, ja. Aber hat, ich glaube, Fluff hat da, ähm, 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 mein, 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 mein Eis gegessen oder sowas. Kaicho wirft mit Stacken. Okay, könnte besser sein bei dir. Ah, bei mir, guck mal, ich habe drei wunderschöne Leute hier. Ey, das habe ich ja erkannt, aber. Kaicho wirft ein Stock. Geil. Das ist so lustig. Das ist super, ja. Mitiget, los. Ampfer beim Stock werfen. Ampfer, beispielsweise, okay, das sieht echt weiblich aus, ne, wobei, ich sehe auch weiblich aus. Hallo, Dastami. Hallo, Sammy. Neue Runde, los. Jetzt haben wir eine neue Runde. Das war schon Spaß. Also, wenn ihr mitmachen wollt, oben auf den Link draufdrücken. Ähm. Ich bin ein Zehn-Loyker. Genau, es sind schon mal zehn, da sind schon drei mehr. Also, die Runden werden immer länger. Also, es ging eigentlich schon schon länger, ja, muss man sagen. Ja, das stimmt. Aber cool, schon zehn Leute. Nice, alle rein da. Ähm, die Runde ging jetzt gerade mal so circa 20 Minuten. Gut, dann machen wir nochmal eine Runde, dann verlosen wir. Ja. Genau. Okay. Klingt gut. Können wir Story spielen? Dann können wir, können wir, machen wir noch eine Runde normal, dann können wir ruhig mal eine Storyrunde machen. Warum nicht? Ich kann heute doch nicht machen, auch wenn ich es vorhatte. Alles gut, Luni, so wie du kannst, ne. Okay. Okay, dann mach mal weiter. Und los. Okay. Drei. Zwei. Eins. Können immer wegen Game nicht dem Stream, wegen Spall und Schummel, damit du weißt, ja, alles gut game werden, ne. Alles gut. Gut, dann hab ich schon, ich hab mein Satz schon. Yes. Scheiße. Das ist nicht schlimm, ich bin auch noch nicht da, was da genervt und vor wegen der Sachen mit dem Schrank. Alles gut, wir müssen nicht unbedingt mitspielen. Wir sind so zehn, ne, das ist schon sehr viel. Das ist schon mehr als ich dachte eigentlich, wenn ich zu sein. Also Leute, ihr kommt auf Ideen, ne, ihr kommt auf Ideen. Ja, Uno wäre super richtig cool. Ihr kommt auf Ideen, Leute. Ihr kommt auf Ideen, Leute. Oh je, ich geh da hin, nicht. Äh, stimmt, ich könnte ja mehr Farben benutzen. Oh nein, sieht aus, sie ist, sag mal. Wie ist das jetzt? Äh. Wie mach ich das jetzt? Und dann das hier? Und das hier? Wie sieht diese Kreatur nochmal aus? Ich hab's vergessen, Leute. Vielleicht ich. Ah, vielleicht, äh. Ist doch so. Ah. Und jetzt hier. Ja. Ja. Ich hab, ich hab rausgefunden, weil ich Stifte größer machen kann. Ja, und hier. Oh, nice. Das ist sehr gut, sehr gut. Äh. Äh, okay, okay. Also besser konnte ich das nicht, wenn ich da kopf ein bisschen komisch aussehe. Aber du, Leute. Das ist besser, als ich es jemals erhofft hätte. Ähm. Oh, da bin ich dran. Ein Waschbäckchen auf ein Schränkchen. Kennst du das nicht? Ist das Kunst? Oder kann man das, oder kann das weg? Ich glaub, das kann, er weckt das, Dami. Ist auch fertig. Aber hey, komm, ich hab mein Bestes gegeben, Leute. Also, ähm. Mein Allerbeste. Oh, eine Echse, genau, genau, Tabillein. Alle haben hart zwinkern, bis auf Caches, deswegen ihn. Ähm, nee, die gucken nach unten auf dem Tablet, deswegen sind dann die Augen zu von denen. Ne? Ähm. Das dürfte ja... Die Süßen. Naja, wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Zwiebel. Und viel Spaß, ich komm später vielleicht wieder. Ich muss nur noch gucken, wie meine Laune und wie meine Maum ist. Alles klar, Luni, bis später vielleicht. Und danke, dass du da warst. Ähm. Die Sätze rausfinden ist irgendwie leichter, tatsächlich. Das ist so, ja. Ah, man ist viel kreativer, wenn man ein Kunstwerk ansieht. Das stimmt, das stimmt. Äh. Okay. Äh, was? Okay. Ich weiß nicht mal, was das ist. Hm, mach ich das. Jetzt? Hier? Ja. Ja. Und malen war noch nie man die Spezialität. Ich mach das mal, was ich hier, wenn man. Okay, dann hier. Das ist so dick, da steht es so dick. Ja. Das hier, das hier, das hier, das hier, da ist hier noch die Lücke. Leute, ich mach ich mit Absicht ein bisschen anders, falls ihr euch wundert. Okay, ja, okay. Ne? Ich mach mit Absicht ein bisschen anders. Ich hab gerade bei Gartelkusset. Ja, aber da ist wer, das ist genau wer. Wir sind sogar vier Leute. Ich hab' ja, okay. Ja. Wie geht's dir, äh? Hallo, Tatagami. I, 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 Mala. Danke schön für den, für den Lurky Poke, äh, Racheck. Danke schön, dass ihr da seid. Nach der Runde kommt dann die Verlosung, Leute. Also zwei Postkarten dann. Ich krieg das hin, ich krieg das hin, ich krieg das hin, ich krieg das hin. Ich krieg das nicht hin. Ich bin stolz auf mich. Ich glaube, das ist ziemlich gut geworden. Käse ist eine Beobachtung, warum das nicht. Was ich nicht gemacht habe. Ich weiß nicht, wieso, es gibt Dinge auf der Welt, die lassen dich nicht, nicht erklären, ob sich unnötig, rationaler Art und Weise. Im D&D, aber höre den Ball zu, ganz viel Spaß. Alles klar, danke der Tatj, dass du, äh, Regami, dass du da bist, ne. Und alles gut, ihr könnt währenddessen zocken. Und dann auch hier, hallo. Hallo, Kurumi. Die Süßis. Es passieren immer sehr merkwürdige Zwinge, es war gar zu... Jetzt haben wir kein Problem. Okay, fangen wir mit dem an, was wir jetzt ganz genau wissen, wie das funktioniert. Dankeschön für den Follow-Cury, mir meine Alerts geben momentan. Ich weiß auch nicht, warum. Mal gucken, Alerts. Das, das Einfachste immer zuerst. Meine Alerts geben momentan leider nicht. Ich muss jetzt später mal gucken, was da los ist. Aber jetzt so mitten im Kollabend gucke ich da nicht nach. Aber vielen Dank, dass du da bist. So. Und dann hier. Ja, und. Ah. Und dann. Ja. Tucka, 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 tucka. Ja. Tucka, 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 tucka. Ja. Und dann hier sogar plötzlich. Ja. Ja. Ist das Schild? Kann man das Schild nennen? Nee, eigentlich nicht. Schild nennen. Es schläft ja eigentlich dann ganz plötzlich gerade. Ich kann ja noch das zeichnen. Das wäre ja viel zu kurvig. Aber ich schlitz dich anders hin. Elfter, neunter. Was ist denn der Klee? Oh, ein Zug. Ein Zug. Ein Zug. Ja, gut, er muss sich ganz genau befinden. Ja, gut, er muss sich ganz genau befinden. Ein Hoch am Horizont fährt. Schwebt. Schwebt. Genau, schwebt da drin. Schwebt. Ich hatte keine Ahnung, wer das ist. Ja, ich hatte keine Ahnung. Ey, hallo. Dankeschön. Gut, du, genau, genau. Ihr seid so süß. Hallo, Smaragno. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Wenn ich nicht direkt auf den Chat antworten kann, dann bitte verzeiht mir. Das ist halt beim Zeichnen so. Gut, alle sind gefolgt. Perfekt, perfekt. Alle mal reingucken bei jedem. Die sind super süße. No. Doch. No you. Okay. No you. Ich kriege alle Headpacks von mir. Okay, okay. Das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Okay, okay, okay. Ich nicht. Nicht in der Zeit. Oh. Tastigami. Willkommen, Cluster. Schön, bist du hier. Herzlich willkommen. Und ergötze dich an meiner Nichtfähigkeit zu zeichnen. Was mache ich denn da? Ich habe die Katzen und Pisten zu niedrig gesetzt. Egal. Man sollte es damit trotzdem erkennen können. Ja. Ich habe die Katzen und Pisten zu niedrig gesetzt. Ich habe die Katzen und Pisten zu niedrig gesetzt. Die Gegenstände. Oh. Don't touch the brown... Why? Why should I touch a brown snowman? This is the most important question. Wow. No touch. No touch. No touch brown snowman. See? And don't eat yellow snow. No. Ich habe das nicht, glaube ich. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Ich muss es jetzt sehr vereinfachen. Ich mache die Zeit doch mal ein bisschen höher. Die Zeit. Die Zeit. Nein, es ist mir so leid. Jemals mit Glatze bekommen. Ja. Okay. Es geht. Oh mein Gott. Es ist mir so leid, leider. Ey. Wer furzt in meinem Chat rum? Ey. Ganz ehrlich. Also. Wir müssen benehmen. Ja. Genau. Körperbeherrschung, bitte. jetzt bin ich auch voll da alle stadt hatte gar nie könnte ich noch nicht so mitmachen mitmachen ich weiß sonst nicht was ich darauf sehen so leute ich bin froh dass sie alle hier sein ich bin froh dass ihr dabei ich bin echt glücklich ich finde sie auch mega warm zwischen euch wir sind ein fluffkissen hier was ist doch was ok ja ich bin echt nicht gut mehr im zeichen eigentlich wir sind abgeknickt leute nicht so schlimm vielleicht nicht so geschickt ok ich glaube an sie bei was sein soll jetzt hatte ich vielleicht macht schon viel aus dem stift zu nehmen eigentlich macht schon viel aus da bist du halt ein bisschen schneller tatsächlich mit dem mit dem stift das ist kein esel ach kommt leute das ist doch ich habe ich habe echt mein bestes gegeben ja das sieht so fruchtbar aus ey komm ich gebe mir so viel mühe besser geht es nicht besser geht es nicht das ist echt schwer ich habe keine zeit mehr oh no jetzt ist das böse nein ok 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 jetzt ist fertig so das ist noch ein bisschen beschissen aber ich habe mir wirklich gebt ich wollte dass ihr zeichnet Nili liest Fluff, Ampha und Kaicho eine Geschichte vor haja, ist die cute haja, ist die cute genau, ja Ampha und mir genau Kaicho spricht zu den anderen Cuties ähm, ihr müsst da gucken, weil ihr habt lange Haare mitzöpfen das ist dann Niji ich bin kurz nach, Ampha hat ähm äh, da kommt ein ok ok ich glaube ich bin auf dem Synclo geworden heute wie süß ist das Das ist mega süß gezeichnet dabei, ja. Davila, Davila, Käschen war's. Kanko, das gibt aber eine Verwarnung, nein Spaß, alles gut. Aber guck mal, was Nicole ist daraus zu machen. Ich glaube, da wusste ich nicht, ich glaube, da war es zu verstört, dass ich wusste aus der Zeichen, was er sagen soll. Also, wenn das jetzt weitergeht, dreimal pinke Katzen, also dreimal Käschen, eine flutige Nahrung. Okay, Amphat, Amphat, einfach fast hast du gemacht, was sie gemacht haben. Naja, ich hatte den Satz ja nochmal bekommen mit den, also den zweiten. Ist aber so süß, Mann. Ja, ist voll cute. Ist so süß, Mann. Keichel färbt sich die Haare und schneidet sie ab. Nein, nein, nein. Lade ihn zu, was machst du daraus? Genau, ich möchte die grüne Katze jetzt sein. Der Amount of Pink macht mich fühlen, als ob jemand hier eine große Plushie hat. Ihr könnt euch bei mir auf was einstellen, ich bin gut. Oh, 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 okay, Kuri. Plushie, Plushie. Everyone loves Plushies. Also, Lade ihn zu, was möchtest du uns sein? Nihie pflückt Blumen. Plushie ist einfach bestes. Nihie pflückt Blumen? Ja. Hm, das kann man erkennen, lange Haare. Tako, bist du noch da? Grüne Blume. Oh, und da ist es. Was ist denn da los, Leute? Vielleicht haben sie ein bisschen Verbindungsprobleme. Ach nee, die sind rausgeflogen. Guck mal hier, die beiden. Die sind raus. Wie sieht man hier? Und drei waren aber wieder rein. Ah, okay, okay. Kaichu pflückt Bären von Busch. Ja. Okay. Okay, hab ich erkannt, hab ich erkannt. Kaichu pflückt Bären. Ähm, was für ein Stift nimmt ihr zum Zeichnen mit denen? Äh, äh, ich bin am PC und mache mit Maus und Maus. Ich mache auch mit Maus und Tastatur, ja. Die beiden hier sind mit an, Paddy. Ich bin am iPad, ja. Genau, ich auch. Also, iPad ist einfach gezeichnet. Guck mal, das ist echt schön gemacht, Nihie-Cat. Das ist echt schön, süß gezeichnet. Das ist echt cute. Kaichu getting some 3 and BR. Und BR. BR. Oh, will. Ich bin plötzlich Miku Azule geworden, ja. Ich weiß nur, das war ein paar Geile. Tablet-PC, ich weiß nicht, wie das funktioniert, ganz ehrlich. Was möchte Ampherz, dass wir es zeigen? Na, guck mal. Roter Dino kauft Steine. Du machst Werbung, ja. Stimmt, stimmt, ist gerade Werbung. Roter Dino kauft Saale. Achso, Sale. Sale, ja, ist verkauft so, ja. Ein verblutetes Hund ist im Sale. Das war das. Ich hätte mir gedacht, okay, das zeichne ich jetzt nicht, ne. Ich habe dann einfach das da draus gemacht. Einfach, einfach ein Plüschi von Nihie-Cat. Als Sale. Haichu. Haichu, okay, okay, okay. Leider wurde es nicht erkannt. Taku ist nicht mehr drin. Man sieht, die sind rausgegangen, leider. Nihie verkauft im Ausverkauf. Nihie verkauft im Ausverkauf. Nihie ist nicht da, genau. Ronny. Ronny ist auch, da sind drei Leute rausgegangen, leider, ja. Ja, doch. Aber das ist cute. Ja, das ist mega cute geworden, Nihie. Ich dachte mir, so was verkauft man, einfach einen Apfel. Das ist das Beste. Katze als Astronaut. Oh. Oh, das ist eine gute Idee, Nihie-Cat. Ja. Hihi. Ich glaube, der ist nicht ganz fertig geworden. Ja, glaube ich auch nicht. Ah, Animal. Äh, Animal. Ah ja, oh ja. Danach ist aber rausgeflogen. Oh, das ist schön geworden. Oh, das ist mega. Oh mein Gott, wie cool. Wie viel falsch tat's drauf. Man ist nicht da. Ich wünsche, die würden automatisch überspringen werden. Animal. Hä, aber sieht man nicht das da hier dann? Das sieht aber auch mega aus. Ein braunes Stier auf vier Beinen. Ein braunes Stier auf vier Beinen. Ich weiß, was jetzt kommt. Das habe ich gesehen. Ja. Ja, Gott. Es ist braun. Brauner Klotz mit Gesicht und Schweifen. Brauner Klotz. Ah, Kindschuh. Wie schwer ist es, den Grimmweber zuwende meisen? Keine Ahnung. Es ist so göttlich einfach. Ja, es macht so viel Spaß mit euch. Kaicho macht Kratzer in Lämber beim Einparken. Ja, mein Lambo kennt ihr ja. Mein Lambo, ne? Und? Oh nein. Er hat braune Haare bekommen. Nein, der Lambo. Er hat braune Haare bekommen. Ihr fancy. Das ist so fancy einfach. Okay, okay. Ihr habt fast gezeichnet. Er war nicht super. Ich habe gesagt. Kaicho steuert auf eine Wand zu ihm Auto. Ja, schon. Ja, siehst du. Ich habe auch so ein Giga-Chat-Gesicht. Kaicho im Auto. Gut erkannt. Okay, krass. Kaicho nicht da. Aber schade. Kaicho sieht sich im Spiegel an. Oh, könnte aber auch sein. Ja, ja. Ja, guck mal. Guck mal, die schöne Katze hier. Giga-Chat. Genau, Giga-Chat einfach. Okay, mach so. Kaicho singt. Okay, da kam was anderes dann raus. Ja, sie ist ja ein bisschen sehr weiblich geworden. Das Spiel wahrscheinlich. Ach so, ich habe das gehabt. Ich habe doch gesagt, es wäre Ampfer. Ampfer am Singen. Weil, das ist mit dem Kleidchen. Ja. Alter, Nietzsche, ganz ehrlich. Sag mal, sag mal. Das ist echt krass drin. Sag mal. Ampfer singt gut. Ich glaube, das gut kommt von der Zeichnung. Ja. La, la, la. Genau. Ja. Ich habe mir vorhin gesagt, ich muss die Alerts ausstellen. Warte mal. Eieiei. Weil die Alerts sind sowieso schon. Eieiei. Eieiei. Oh. Oh. Ja, la, la, la. Oh nein. Warte, die Uhrzeit ist 18.51 Uhr. Die schreibe ich mal eben auf, ja. Yes. 18 Uhr. Meine Fluchten gehen wir einfach weiter. Das dauert ein bisschen, dann ist es schon weg. Genau, passt schon. Ich muss nur den Sound ausmachen. An Alerts. Okay, das sollte weg sein. Hoffentlich. Okay, weiter geht's. Mario. Anor. Ah, na ja. Oh, ist auch süß geworden. Süß, ich bin erschraut, dass alle jetzt braune Haare bekommen. Schmutz sowas, ja. Alles gut, nicht drauf eingehen, das wollen sie nur. Einfach, ich lösche später wieder, alles gut passt schon. Anfang. Eine Person mit braunen Haaren sinkt. Das könnte halt, ähm. Oh, nur botten, weil macht man das? Weil Leute kein Leben machen. Akko, was machst du? Latin Fluff dreht sich 360 Grad und verbeugt sich. Das ist schwer zu zeigen. Verbeugt dich. Oha, das ist aber wirklich... Ja, ja, also Ronny hat man schon gemerkt, er wusste nicht, was er zeichnen soll. Strichschlange. Strichschlange. Ich hätte schon so eine Liste von Wots machen. Kannst du gerne machen, es gibt eine Webseite, wo ich die einfach löschen kann, ja. Das war so richtig so... Oh nein, so... Daher kommt das. Daher kommt das. Eine sehr schiefe Warnschiene auf dem Boden. Der Zug ist richtig ehemisch. Zug wendet. Danke, Zug wendet. Geil. Hör an! Aufstiegs gefahren. Oh mein Gott. Zug on the way to nowhere. Ja? Ja, woher gehst du denn? Woher gehen wir eigentlich? Woher fahren wir? Wir fahren die ganze Zeit. Ich kann mir festhalten. Okay. Zwei haben wir noch und danach geht's zur ersten Verlosung, Leute. Ein Hund isst Spaghetti. Das hab ich bekommen. Und ist Spaghetti. Oder? Ja, genau. Ja, ja. Da hab ich jetzt schon... Ah ja, Punkt gemacht. Bin ich gespannt, dass das rauskommt. Ah, ein Spaghetti! Das hab ich noch mal bekommen. Also, du frisst Spaghetti Bolognese. Ja, lecker, lecker, lecker. Wie, wie will Susi und streicht diese Klöten? Ja, ich strebe die Klöten da drin. So niedlich. Also, wenn, dann müssten da schon schon Hackzeit-Klöschchen drin sein. Ah, ihr seid so gut da drin. So gut bin ich auch nicht. Guckt euch das mal an, diese nackte, die nackte, die nackte, die nackte, die nackte Dings da. Bochita beim Essen. Bochita? Wo ist denn Bochita? Ich hab's auch da! Bochita. Von Chains, von Chainsaw Man. Ja! Ach so, ach so, ach so, da finde ich Säge noch. Da wurde mir das, äh, da wurde mir das später gesagt, dass das, das der Hund ist, von Chainsaw Man. Oh man, da fehlt dir die Säge noch, Relle. Waren ganz, äh, 55 Stück. Ja, ist nicht so schlimm. Die löschen, aber die löschen später wieder als ich das erste Mal. Und dann Rondi kommt mit dem Strick. Wird wahrscheinlich auch selbst löschen. Ich mein, der muss auch nicht was, was Bochita ist. Ja, was hast du denn? Das nächste Mal, äh, mach ich nicht so diese Referenz. Ich hab dich dran gedacht, das stimmt. Weil ich dachte, vielleicht, vielleicht ist der bekannt, so quasi, das süße Rondi-Ding mit der Kettensäge da. Ja, ich, ich kenn ihn zwar, aber ich dachte, den Namen, ich meinst du nicht. Okay, okay, das ist, ähm. Hm, diese Seilbahn oder was soll das ausstellen? Nee, nee, das ist, das ist die Spelchen bei einer Schwur. Ach, mit welchen der Schwur? Katze spielst Völkerball, geil. Ich weiß nicht, wo der Völkerball kommt, okay, okay, gut, ja. Ja, doch. Ich hab mir so gedacht, ich bin ein bisschen gewarnt. Oh, das ist er gut geworden. Ich glaub, die sind ein bisschen lost, ne? Die guckt so weg, so, ja, wo ist der Ball, wo ist der Ball? Aber in Kettensäge, was für eine... Das ist ja Völkerball. Hier, ich bin für Zeichen, der Sprich hab ich mit dem Finger gezeichnet. Ich hab eine Maus und ich nehm auch den dünnsten Strich, der unten links verfügbar ist. Pinke Katze spielt mit grauer Katze mit Ball auf der Straße. Das hab ich dann gezeichnet, ne? Ich und Lati Flop, aber ich muss Lati Flopka-Shit zeichnen. Hier ist Fußball, ja. Keicho spielt Fußball. Mit, 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 da fehlt noch jemand. Das ist so viel... Ja. Ja, okay, er hat's versucht, er hat's versucht, hat's gemerkt, aber da hat er wohl nichts zu machen für mich. Ja. Aber, Leute, äh... Zebra leuchtet im Schnee. Da kommt noch was, okay. Zebra leuchtet im Schnee, wie cool. Also, freuen die nicht drauf, oder wie? Alter, sehr schön gemacht, einfach. Du bist echt krass. Ein Zebra, was strahlt und im Schnee spielt. Das war nicht so schwer, so schwarz-weiße Streifen geht noch. Ja, ich glaube, da war die Pormach allein schon, ne? Danke für die 25 Bits Game. Wer denke ich hier, du siehst du? An diejenigen, der die paar Euro ausgegeben hat für den Follow-Bot, besser, du investierst ein bisschen von Cage. Richtig so, ja. Von Chile hat es wahrscheinlich in Argentinien jemanden zum Prädizenten gemacht oder dazu beigetragen. Ist weh ne Story. Zebra strahlt und im Schnee spielt. Oh, es glitzert ja richtig. Da kommt was anderes raus. Shen, Eman und Katze im Winter. Shen, Eman und Katze im Winter. Oh, wie süß! Oh, wie süß! Oh, wie süß! A cat loved a snowman. Danke für dein, für dein Abo, Tategami. Danke schön, du süßer. Für Leon, danke. Ah ne, danke Tategami an den Gift, es hat einen Ampfer. So rum ist das. Danke schön. Also, das hört sich gerade aus, ne? Weil ich glaube, die laufen immer noch zu den Boards genau. Genau deswegen. Okay, glaubst du es nochmal. So. Ja, ich hab doch auch, das hab ich auch bekommen. Ah, ich hab das da oben bekommen dann wahrscheinlich, weil das nicht gemacht wurde. Wie da so süß zu fehlt. Rot Augen, danke, du bist auch mega cutie. Ich hab das gezeichnet. Ich hab ein nütiges Zeichen. Das hört sich richtig schön. Das hört sich richtig schön. Mit der Hand, mit der Maus sozusagen. Okay, machen. Ihr könnt schon mal joinen, Leute. Wir sind zwei, wöber mal. Oh, hallo, herzlich willkommen. Ihr könnt schon mal joinen, aber wir machen jetzt die erste Verlosung. Ja, wow. Ich muss ja so gucken, deine Verlosung. Danke für den einen Sub, Ronny. Ah, Nexi, danke schön. Ronny, danke schön. So, schon. Ich hab jetzt 83 von 100. Geil. Ähm, ich muss noch eben gucken. Wahnsinn. Ähm, ich muss jetzt erstmal hier ins Spiel reinschmeißen, das Ding. Ähm, Marbles on stream. Da mach ich das Chrome jetzt aus. Da muss ich es noch ein bisschen anpassen, weil das Bild jetzt ein kleiner ist. Ich kann es sogar ganz, sogar ziemlich klein machen. Oh, oh. Da kommt nach hinten so eine Farbe dran. Ich kann es so großziehen, wie ich will. Das ist kein Problem. Ah, nice. Oh, cool. Da muss ich, da muss ich ja bei, wie mache ich das jetzt? Das ist ein bisschen Problem. Ähm, ich kann dir das, ich kann dir das auf Discord streamen. Und du machst einfach den Discord dann da rein. Hm. Ich kann dir auf Discord eine übertragung geben im Moment. Dass du dann quasi das Spiel dann so hast, ne? Genau, ich übertrage dir das Spiel, ich übertrage dir auf Discord, da kannst du das quasi das Discord in dein Steam übertragen sein, wenn du bereit bist. Ja. Oh, vielleicht, 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 vielleicht kein 4k übertreiben, warte mal. Oh, ich auch. Ja. Ich mache mal 180 Pizze. Marvels. So. So. Und wie geht es euch allen? Mir geht es gut. Und dir, wie geht es euch? Mal gucken, ob ich das hier in Wien gehe. Wie geht es dir einfach? Äh, ganz gut. Bin nur müde. Und dir, Niji? Oh. Oh, ich dachte, du meinst den Chat. Deswegen war ich... Ne, wie geht es euch? Wir gehen da jetzt nicht. Danke für den Follower, Frank. Dankeschön. Also die Alerts sind gerade aus, Leute. Danke für die 10 Bities Game. Also wenn ich irgendwas verpasse, weil die Alerts aussehen, wegen der Bot-Attacke. Tut's mir leid, Leute. Kann ich sie dann machen. Alerts, Alerts. Aber mir geht es super. Ich bin immer noch voll aufgeregt, irgendwie so hype. Alles gut, aber es macht mega Spaß hier. Sag, wenn du bereit bist, Sophie. Ich muss sie mir noch rausfinden, wie ich das am besten hinkriege. Ah, ich habe mich schon mal. Franky, hallöchen. Oh, der Hype vermehrt sich. Uiuiui. Was? Juhu. Alle Mann in den Zug einsteigen. Bist du fertig? Pop-out? Vielleicht Pop-out? Du machst das Pop-out und dann tust du das Bild, das gepop-outete Bild. Du musst dann halt so Discord, Cache, und Live oder sowas. Das musst du reinnehmen als, 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 als Spiel oder als Fensteraufnahme oder sowas. Danke für die 25 Bities Game. Wäre da nicht schön. Ja, Discord. Ich sehe nur Discord. Discord. Wir müssen noch mal runtergehen von der, ähm, Fensteraufnahme nochmal neu drauf gehen, damit es wird aktualisiert. Tutut. 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 Aaaaaaah. Nijiket. Nein, also Tatekami, danke für den GIF mit Zappanitikett. Ah, danke schön. Viel Spaß mit meinen Emotes gesüßen. Danke. Ja schon. Das stimmt. Das ist so cool. Dass die auch Follower Emotes für alle angemacht haben. Mittlerweile machen die gute Sachen. Ronny, danke für die 95 BTs, ich hab dich lieb. Haben euch alle lieb. Danke schön. Danke für den einen Monat Tatekami. Danke für den Zappen, für die BTs. Danke schön. Du hast es drin? Ja, ich hab's drin. Also, ein bisschen lauter Spiele. Ich mach's ein bisschen leiser. Ein bisschen sehr laut. Ein bisschen penetrant, oder? Also, ganz kurz zum Bild. Was könnt ihr gewinnen? Ihr könnt dieses Artwork gewinnen als Postkarte. Fünf Stück gibt's heute. Jetzt verlosen wir zwei. Und später mehr. Also wenn ihr mitmachen wollt und das haben wollt, habt ihr jetzt die Chance. Zwei verlosen wir jetzt. Ein Hypetrain. Ernährt sich, ernährt sich. Ja. Ich hoffe, bei dir kommt ein ganz großer Hypetrain an. Also wir machen jetzt mal eine Random Track quasi. Random. Mit Weverse. Ähm. Ähm. Ein anonymer Geschenk-Abo. Warum anonym? Das ist doch dann... Also, wenn ihr anonym verschenkt, dann wird das bei euch nicht... Mein Model. Hallo, Model. Danke schön. Dankeschön für den Giftizab. Aber wenn ihr das anonym macht, dann tut das Twitch euch nicht gut rechnen. Und ihr bekommt das nicht quasi drauf gerechnet. Auf die... Auf diesen Geschenke-Ding von Twitch. Echt? Das wird nicht gezählt. Nee, das wird nicht gezählt. Aber es gibt Leute, die schüchtern sind. Das stimmt. Das stimmt. Und das Spiel vielleicht mal in... Und man sollte schüchterne Leute nicht ausschließen. Ich hoffe mal ganz kurz YouTube Studios in Fullscreen-Deck machen. Aber man auch. Das stimmt. Huch. Ich habe öfters schon, äh... Anonym Giftizabs gegeben. Awww. Äh... Ich wollte jetzt nichts verändern. So. Ähm... Danke für die 20 Biddies. Danke... Was kommt noch? Danke an die... 10 Biddies Gameware. Ich muss einen hoch scrollen. Danke an die 10 Biddies. Danke an den Giftizab. Anonym an Pansi. Dankeschön. Viel Spaß mit dir die Maus. Danke an die... 20 Biddies. Genau. Okay, schon weg. Wir sind noch da. Nicht ganz. Ich bin schüchtern. Ähm... Runter. Ja, ich muss eben... Ich musste eben... YouTube Studios von Fullscreen-Deck machen. Damit das nicht hängen bleibt. Danke an die alle 30 Biddies. Vielen Dank für die Levit 2 Hype. Ihr Süßen. Ihr seid so süß. Ich hab auch alle lieb. So. Jetzt gibt mir wieder Verlosung weiter. Wir wollen noch weiterkommen. Ja, mein Model fehlt immer noch nicht. Dann... 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 Dann ist es einfach so. Ähm... Dann machen wir einfach weiter. Dann machen wir das Spiel wieder auf. Dann geht's wieder. Die anderen bewegen sich ja noch. Oder Amphat zumindest. Ähm... Ja. Bei mir nicht. Bei mir nicht. Es sieht gut aus. Bei mir bewegen sich alle aus der Character. Genau. Alles gut. Alles gut. Vielleicht ist einfach mal mein PC der kaputt ist. Danke für die 31 Biddies. Also wir machen jetzt ein random Track. Ja. Sag... Waze. Es geht wieder. Es geht wieder. Es geht wieder. Ähm... Perfekt. Ihr könnt mit Ausrufezeichen Play reinkommen. Alle die ihr die Postkarte gewinnen wollen. Also nicht vergessen... Nicht vergessen. Ihr müsst eure Adresse geben. Also nur wenn ihr wirklich das wollt. Ähm... Mitmachen. Die Postkarte da unten gibt's zu gewinnen. Die man da unten klein in der Mitte sieht. Ähm... 1, 2, 3, 4, 5. Wer eine Karte will, sollte unbedingt mal dort vorbeigucken. Danke für die 8 Biddies so cute, die dein Game wäre. Dankeschön. Kommen die 8 Biddies habe ich auch noch. Dankeschön. Alle mal mitmachen, die eine Postkarte gewinnen wollen. Es gibt 5 Stück zu gewinnen heute. Also jetzt erst mal 2 und nach 2 Runden nochmal 2 denk ich mal. Ich wär auch mitmachen. Ich wär auch mitmachen. Ich wär... Ähm... Ganz ehrlich... Also wir können... Also ihr könnt... Du kannst gerne mitmachen, Nichi. Aber wir... Wir bekommen sowieso Karten. Also wir machen so, dass wir auch eine bekommen jeweils. Ich mach auch das Verfahren mit. Und... Latin Floofy kann gerne auch eine bekommen. Ich bin schnell genug Karten für alle. Eigentlich. Ja. Also Floofy ist dabei. Die kann auch gerne einen haben, ohne dass sie mitmacht. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Ich... Ich fühl mich so geehrt bei so coolen Leute dabei zu sein. Ja. Also wir sind jetzt ähm... Zu 13. Weil ich und Nichi und ein paar fallen ja raus. Genau. Also... Also ihr habt ne Chance von so circa... 40% bei... Ne... Warte mal... 5... 5... Gewinn. Ungefähr 40% Chance wenn es so bleibt. Ne. Ungefähr jetzt. Ähm... 5 verlosen wir jetzt. Jetzt 2 erstmal. Also lass uns loslegen. Aber weiss mal. Wer wird gewinnen. Ich will nicht gucken, wenn du deine Maus vergessen hast. Den ganzen Katzen am Bildschirm ran. Die ganzen finken siehst den Katzenlein. Jaaaas. Ich wünsche dem... Dem... Alle viel Glück. Ja. Alle viel Glück. Wenn ihr heute nicht gewinnt, ne. Keine Sorge. Wir verlosen insgesamt schon genug. Dass sie... Das passiert auch wieder. Alle eine bekommen könnte. Ne. Ähm... Weil wir versuchen so 30 Stück. Ne. Wenn wir nicht sogar noch 35 Mal gucken, wie wir machen. Ne. Weiss man noch nicht. Je nachdem wie die andere die Nachfrage ist, denk ich mal. Mhm. Ähm... Deswegen, wenn ihr heute nicht gewinnt, keine Sorge. Wir verlosen nochmal welche. Wenn wir 3 nochmal zusammenkommen. Danke für die echte Trausiness. Wer kommt als erstes an? Ich. Ne. Rotaugen Andy. Äh... Rotaugen Andy. Und... Er... 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 Er stoppt ein bisschen. Dragos ist das Zweiter. Und Dragos sind... Rotahuman встречTs Rana, Rana hat ganz lang. Rana ist vor. Rana ist vorne. Rana ist vorne. Mit Gambe und Dragos und Frank coronal. Rana ist Versuhörerung. Rana ist ganz lang. Aber Rana ist ganz lang! Rana ist ganz normal. Rana joinati9. Rana dann von nicht. Wer gewinnt. Naja, Rana ist doch schufzt. Rana gehört bị ganz nun ... Ja, ja, ja ... Ronny, die Ronny ist gerade da Ronny macht sie leicht also Ronny, also deswegen jetzt nach vorne kommen diese komischen Pendel und da ist der erste Nachteil ne, der erste ist ein Nachteil gut, boost das geht nicht oh, hier will ich mal lang werden, warum das denn? ach, hier sind so Dinger Ronny! oh, Ampfer Ampfer macht's Ampfer tut die Mittel oh, Ampfer, ne das heißt, hier als erster reinzugehen ist immer nicht so gut aber Ampfer macht's einfach aber, ja ne, oh Gott, wie kann man rausfahren dem Ding? GAMEWARE! er wird gestoppt, er wird gestoppt, GAMEWARE hat er voll der boost bekommen Tragos und Tragos, tschüss Tragos du hattest mega viel Speed gehabt du hattest mega viel Speed, du hattest gewinnen können Tragos ist leider rausgeplogen aber mit Wasser und Karacho GAMEWARE! und Ampfer steckt fest Ampfer ist lost anscheinend ich glaube GAMEWARE hat's ich glaube GAMEWARE hat die Runde gewonnen GAMEWARE, come on! gleich an! GZ GAMEWARE 75, ich schreib's bei uns auf wenn du so gewonnen hast du hast die erste Postkarte von 2 gewonnen jetzt wir müssen die Postkarte mir schicken wir müssen die Postkarte noch unterschreiben ich hab die schon beauftragt die sollten nächste Woche ankommen und dann verschicke ich die an den beiden Cuties und dann geht's weiter dann tun wir die quasi verschicken sobald die unterschrieben sind los help step anfangen ja der ist also ja der ist schon Franky ich glaube Franky ich glaube Franky ich glaube ihr wollt die Postkarte gar nicht oder? haha ich glaube Franky ist ja hinten noch am Eis essen oder so der geht nicht das eben ja guck mal er ist so er lässt sie jetzt gewinnen weißt du aber nächste Runde macht er sie platt glaub mir ja der Presse hast du ja schon am besten nochmal schicken wobei ja ich kann ja mal nachgucken mit dem Klettern leider kein Sprit mehr ich sehe Final Results Gamebear Gamebear GZ GZ hast du die erste Postkarte von uns gewonnen Glückwunsch random track so jetzt kommt die zweite nennt sich Auszeitdrehen zweite Runde zweite Runde nochmal joinen Leute nochmal ausgleichen play los 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 ich schaff das mach mal rein da genau ihr könnt nochmal gewinnen eine gibt's doch dann geht's weiter mit darting phone und dann nochmal zwei ausrufen für euch mit play oh punchy ne kann ich hin Ampha macht mit Nenji macht mit ich mach auch mit es machen zu viele Leute mit es ist richtig cool Nico mach euch mit wenn du willst er macht auch mit genau Löffel musst du mitmachen Löffel hat bis jetzt jede einzige Karte die ich gewonnen habe oha jetzt bin ich wirklich gespannt ich brauch nur einen also wir sind jetzt 14 nur noch und der Vollmann 16 da fehlen noch zwei also einer beziehungsweise einer hat gewonnen ich hoffe die gibt's ja genau man kann nicht zwei gewinnen ich glaub rascher gewinnen also ich weiß also keine Sorge also wie gesagt sie verloren heute fünf jetzt nur zwei später nochmal mehr genau sehr gut jetzt sind wir 16 ich glaube ich schließe jetzt Leute er hat jetzt noch 10 Sekunden Zeit um rein zu kommen go 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 Leute spielt mit das ist eine schöne Karte die ist echt schön weil ich lieb die Karte die ist so schön ja die ist super ja hab schon drei Karten zwei bin ich grad bei Verlosungen ich mein wenn du hier gewinnen hast hab nochmal einen wer kommt zuerst Amper mal wieder ne Jarisch Jarisch und Wolfi einmal hier und dann woanders ja ich find so cool eine Postkarte Verlosung ist auch so toll ich will das kennen Jarisch, Wolfi Franki hinten kommen welche Amitsch die sind ein bisschen schlösser aber Jarisch ist mein Mod oh oh Jarisch ach das sind diese Map die ist ähm sehr da gibt sich alle Planeten durch wow das ist cool ja Jarisch wird abgedrängt Merlinow holt auf und Sabinex Jani let's go um diese drei geht es glaub ich hier wenn nichts passiert dann müssen wir mal gucken Cash fünf Tagen folge ich dich schon einen Monat Nico du Süßi jetzt ist ein Kopf an Kopf wenn ihr das meine Frapfenweb hab einen Rekord drauf gestellt geil boost genau boost boost leider geht das nicht der boost command einfach also Sabine Kiki ist auch vorne aber das heißt noch lange nicht jetzt geht sie gleich jetzt geht sie gleich richtig tief runter komm schon Ronny Ronny wo bist du eigentlich Ronny Ronny bist du auch drin Ronny ist ein zweiter Stelle er ist neunter ach ja Ronny bist neunter wird schwer die Runde aber drei verloten leider später noch alles gut kann ich schneller sein ah hier muss schnell sein oh Gott die sind schneller als ich njao dieses Rainbow Road einfach hier voll ich liebe Rainbow Road bei Mario Kart was Mario Kart würde ich mal gerne spielen ich hab leider keine Konsole dafür ich hab auch keine Konsole dafür ist echt schade ich könnte die beim Rüder nehmen aber Kavineki also Sabine du bist immer bis nach vorne ne irgendwo Yaris ist irgendwo abgehauen ich weiß nicht wo Yaris hin ist ich hab doch keinen Bock mehr gehabt aber warum ist das so schnell kann ich dich irgendwie schneller machen du hast den Schwitz ist richtig cool es freut mich für dich dass du den Switch hast ja das ist echt cool so Konsolen ja da kommt hinten kommt noch hinten kommt noch sehr viele Leute also und Löffli hat Speed Löffli Löffli und Wolf und Yaris kommen wieder wobei jetzt abgestumpft leider ich mag ich mag den Controller von der Switch nicht so besonders man kann aber glaube ich den Fraw Controller nehmen wenn du ihn zu einzeln hast dann ist er ein bisschen komisch das stimmt dann ist er so klein ich würde einfach den Fraw Controller nehmen von der von der ich meine auch wenn du sie an an der Switch dran hast das ist für mich so klobig Merlino du hast die Chance du hast die Chance die Chance oh Pocke es tut mir leid wenn man runter flogen ist ja zum Beispiel ist das Ding Wolfi und Franz sind weg wo sie drüber knopfen die Kraft der Bubas treibt mich ein genau Löffli oh Gott wer macht das? Nijicat oh ich bin die Kraft der Bubas ok um diese drei geht es jetzt letzter Spur wer macht es hier Nijicat ist das Löffli nein Löffli du hast viel Speedkraft ok ich dachte Merlin 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 go go Merlin hat GZGZ die zweite 4th Ich schreibe dich auf hier, gerne an einen von uns die Adresse schicken, egal wen, dann hast du gewonnen, die nächste Karte, jetzt spielen wir weiter, Scribble und danach kommen nochmal zwei. Scribble? Ja, ich glaube, die Bubas haben ehrlich blockiert, Gillespie. So, also es war super spannend hier, also jetzt sind die zwei Gewinner, es kommen noch mehr später, keine Sorge, die Rolli-Mods haben es gemacht, ja genau, die Rolli-Mods, jetzt wird das Spiel schließen und wieder Chrome anmachen, Leute, wenn ihr siehst, wenn ihr mitmachen wollt, oben ist der Link dafür, Adresse per Discord, genau, genau, einfach per Discord schicken, wenn ihr gewonnen habt, ne? Bitte nicht in den Twitch-Channel. Ja, bitte nicht hier rein, ja, das wäre es immer, am besten noch, am besten noch Kreditkartennummer und alles. Ja, es gibt nichts, was es nicht gibt, leider, deswegen, ja, deswegen, ja, ja. Ihr seid voll mit euren Daten um und, also wirklich, da passiert nichts, aber wirklich, wir machen mal eine Runde Story als, probieren, und auch nicht in den öffentlichen Server, genau, genau, das ist auch wichtig, das stimmt. Danke, Flo, das stimmt. Äh, Animation, da bin ich mir nicht sicher, ja, aber dann müsste das schon gut sein, eigentlich. Also können wir ruhig ruhig eine Runde aufmachen, können wir eine Runde Story, eine Runde Animation machen und testen, dann gehen wir zur Normalfe zurück. Ich habe mit einigen nicht so, äh, vernünftigen Mönchen gearbeitet, daher achte ich immer, dass man sowas sagt. Das stimmt, das stimmt, das ist ganz wichtig. Wer mitmachen will, gerne reinkommen, wir sind gerade so acht. Reiner. Wir haben noch Platz. Wir haben ganz viel Platz für euch. Sie sehen. Immer schön rein, Alter. Oh Mann, ich will alle nicht durchknudeln, ne. Ich, ich, ich. Ich wäre für Eisbrecher. Was ist ein Eisbrecher? Ich spiele mit nur einem Satz, stelle Fragen und habe mit dem Zeichnen um der anderen Sparte. Äh, wir spielen das schon, wir spielen das schon öfter, keine Sorge Leute. Wir spielen auch noch öfter, wir können die anderen auch Moody's auch nochmal ausprobieren. Ja. Wenn ich, wenn ihr mich gerne dabei haben wollt, bin ich auch wieder dabei. Danke nochmal für die 100 Bities, äh, für die 10 Bities meine ich. Ich glaube es sind nur vier jetzt die mitmachen, ach 8 jetzt die mitmachen, Markeishu magst du meinen Tuckhaufen? Tuckhaufen? Ich versteh auch nicht das. Der Kontext ist sehr wichtig bei dieser Frage. Ich bin zwar eine Katze und Avatar, achso, dein Avatar. Hallo Anime-Fans, wenn du da bist, du hast die Verlosung ganz knapp verpasst, aber keine Sorge, drei verlosen wir noch später. Wenn du mitmachen willst, oben auf dem Link vielleicht nur mitspielen. Ich muss eigentlich etwas richtig krasses erzählen, Leute. Oh, hau raus. Kennt ihr Fullmetal Alchemist? Ja. Sie. Sie. No. Ich bin auf dieser Plattform, wo man Dinger kaufen kann. von selbstgemachten. Etsy. 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 Und da hab ich ein Model gesehen von Nina. Oh. In der fusionierten Version. Ah nice, nice, nice. Cool. In der fusionierten Version. ich glaube sonst will keiner mitmachen dann starten wir jetzt einfach eine runde story danke für den streicheln ich habe ich habe einen guten satz ich finde ich ich bin ein fan also noch mal alle im chat danken dass ihr da seid ne vielen herzlichen dank dass ihr eure zeit hier mit uns erbringt das macht so viel spaß ja das freut uns dass echt so viele da sind ja das ist echt krass ne sofort es war einmal warum muss ich jetzt an der zell denken ich bin doch immer da nur halt meistens im langen ja gut dass anime fan mich nicht kennen das heißt ja anime fan mit e ne also es ist kein anime fan und anime feen das kann was anderes ich hoffe ich werde ich schreiben können und Genau, genau nennen den aber immer Anil-Fan, okay. Eine Fee quasi, oi. Ich bin so gespannt, was da draufkommt. Ich will immer so viele, ich will immer so viel schreiben. Ich habe keine Ahnung, das ist zu Ende so. Ich muss ausprobieren, was Ayaya macht. Das ist doch rauskommt, oh mein Gott. Ayaya, 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 ayaya. Ayaya, ayaya, ayaya. Ayaya, ayaya, ayaya. gathering gar nichts. Ayaya. 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 Es ist interessant, dass man mal eine Geschichte schreiben kann. Das kann man gleich gleich nochmal eine Runde machen. Ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß, ich weiß, wie ich mich nicht benutze kann, aber... Aha! Ah ja, ah ja, 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 ja. ja 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 Okay. Mach einfach so rein in Sachen rein. Ja. Das ist mein Gebiet. Ich liebe das. Ich bin, was schreiben angeht, ein bisschen fertiger, als was Zeichen angeht. Danke fürs Zudecken. Weck mal Schnulli. Ihr seid so süß, ne? Okay. Okay, fertig. Das ist nicht anders für den Zeichen. Okay, okay, okay. Vorlesen an. Okay, okay. Let's go, Leute. Ich hab gesehen, bei dem einen hat meine Autokurtuban-iPad einfach was ganz anderes gemacht. Oh nein. Guck, was daraus wird. Man, ist jetzt lustig. Okay, seid ihr bereit? Ihr seid ja bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Let's go. Okay, ich, ich, ich. Es war einmal eine pinke Katze. Danke für's streicheln. Willkommen zurück, Kilian. Die hatte großen Hunger auf Kekse. Aber sie hatte keine deswegen. Die Ente zum Supermarkt und kauft sich ein Toothin. Und deswegen die Ente zum Supermarkt und kauft sich ein Toothin. Damit alle an Weihnachten ein leckeres Essen haben können, musste ein Opfer gebracht werden. Okay. Okay, wo geht das denn? Dieses Opfer war die flauschigste Katze der Welt. Hallo, hallo. Oh, die Flauschigste Katze. Und sie trug den Namen Geiche-O. Oh. Ich sag, die Opfer hat, nein. Die Kekse hat auch eine geopferte Katze. Oh, aber Kekse hätte ich euch recht gerne. Ich bin gespannt, Kipilein. Es war einmal ein Kaicho-König. Oh, ja. Ich habe noch gar nicht gefragt, wie es dir geht, Katze. Dankeschön, Miki. Wie geht's dir? Katze, ich hoffe, dass ihr meinen Namen nicht falsch versteht bei... Was steht bei Gartik? Ich heiße Rick Apenos. Was ist der Name von meinem Bruder? Achso, okay. Du bist also... Du bist gerade reingedrinnen, ne? Als Opfer muss erbracht werden. Das war einmal ein Kaicho-König. Der ging auf eine riesige Convention. Oh, ja, ja, vernünftig. Und bekam die ein oder andere Postkarte. Oh, macht sogar Sinn. Am nächsten Morgen wartete sie auf die Post. Und da drin war eine Postkarte, die sie gestern gewonnen hat. Aber was mit der jetzt ich gewonnen habe. Mit vielen tollen Unterschriften und einem Lippenabdruck. Hab ich schon mal überlegt, auf einer Postkarte mit einem Lippenstift draufzuküssen? Nein. Ich auch nicht. So eine Special-Fan-Postkarte mit 1000 Euro. Nein, Spaß. Oh Gott. Schickte man es zu Kaicho? Also, ja, ich glaube, ich bekomme rechtliche Postkarten. Ah, wo sind die? Ich denke jetzt von euch allen drei eine Postkarte jetzt zugeschickt. Als Fan-Paket mit ganz vielen Plüschis. Als Fan-Paket mit Plüschis. Sorry, ich will kein Ampfer, ein Nidikett und eine Fluffy im Plüschi haben. Ja. Oh mein Gott, das ist ja so sie. Oh mein Gott. Ich glaube, sie hat die Adresse und Namen geschehen. Okay, danke schön, Merlina, danke schön. Okay. Es war einmal eine rosa Brezel. Oh Gott, mein Schicksal. Die rosa Brezel wollte unbedingt zum Salzen gehen. Die muss gesalzen werden, weil ich finde, Brezel braucht Salz. Auf jeden Fall. Und Butter. Butter, alle kaputt auf Brezel. Ja, danke. Jetzt kommt mein Schatz. Oh, ich bin ich für Brezel. Ich immer. In der Salzanlage fand die Brezel nur ein Arbeiter. Das war die immer salzige Brezelkatze am F. Wie geil ist der denn? Ach, der ist ja cool. Oh mein Gott, der ist ein geiler Brezel. Oh mein Gott. Dann lohnt es sich reinzusammeln, nur für Doppel, Doppel. Die immer alle Brezeln vom Bäcker frisst. Er schimpfte. Ah, Hannibalismus. Ja, guck mal hier. Die Ampfer arbeitet in der Brezelfabrik. Ja, sie frisst aber immer alle weg. Warum willst du die immer nur ohne Salz? Lieber mit. Lieber mit, ja. Spielern, die selbst sind salzig genug. Harry, süß. Nico, was ist denn da los, Nico? Sag mal. Der war raus. Nico ist auch drin, aber irgendwas, irgendwas. Er hat nur keine Antwort gehostet. Ja, bei LOL dachte er sich so. 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 Mein Gott, was ist hier los? Okay, das nächste. Brezel Express. Okay, das ist das nächste. Ich bin gespannt. Es gingen zwei Pokémon in den Wald. Dankeschön. Dort fanden sie eine Gruppe anderer Pokémon zusammengehauft und fingen sofort an, nach einem Shiny zu suchen. Shiny. Shiny hunting. Ja. Der Shiny-Hund verlief schlecht. Doch was war das? Wenn du deine Brezel vor Ampfer sichern willst, mach Boden rein. Nein. Also ne, ich wende dann dir Ampfer lieber die Hälfte ab. Das Ende der VZWE-Illfung und der Start der Hoffnung. VZWE-Illfung und der Start der Hoffnung. Und der Anfang des Follows bei Kaijo. Lasst mal gerne bei den drei Follows da. Diese drei da links und unter mir. Damit er ganz tolle Motels verwendet. Das ist echt fehler. Motels. Nach hinten mit Rädern fahren und ein anderes Hotel Cresten. Was macht mein iPhone Motels draus? Eieieiei, Nidhi, Nidhi. Ja, so. Ich hab schon verholt. Hey, warum kommt das jetzt da hin? Wenn du dein Brezel vor Ampfer schützen willst. Okay, hier musst du ein Shiny-Shaman reinpacken. Das bekommt sie nie. Oh mein Gott. Ich liebe es. Oh, ich liebe die Artikoriktur. Was ist deine Geschichte? Es war einmal Sans. Es war einmal Sans. Der auf seine Pizza gewartet hat und Pepsi trank. Pizza. Dazu gab es frittierten Kopfsalat. Übrigens, da wissen wir viele da sind. Nächste Woche am 16.12. um 20 Uhr machen wir im Discord einen Film zusammen. Er hat schon mit Pizza bestellt und alles. Wenn ihr dabei sein wollt, um 20 Uhr. Nächste Woche am 16.12. können die gerne dabei sein. Was wird denn geguckt? Der Polaristress wird sich gewünscht. Und The Nightmare Before Christmas. Oh, Nightmare Before Christmas ist richtig geil. Die beiden Firmen hoch waren. Beste. Wenn ihr auch dabei sein sollt, wenn ihr die Zeit finden sollt, könnt ihr genau mit dazu kommen. Auch wenn es so ein bisschen ist. Wenn ihr dazu kommen wollt, ihr seid alle herbekommen. Auch wenn wir 100 Leute sind, am besten. Musst du mehr oder besser. Einen Tag von meinem Anniversary, ich werde es nicht schaffen. Ja, okay, alles gut. Du hast ja ein Anniversary am 17.12. Ravi. Genau. Oh. Alle aufschreiben, Leute, dass ihr am 17.12. dabei seid bei ihr. Ja. Ihr habt als Kind Angst vor Polaristress. Achso, warum das denn? Der Kältchen mit der Pizza hat zu mir geliefert. Nee, die müsst ihr natürlich schon selber bestellen. Ist ja nur ein Vorschlag, ne. Also alle Pizza fressen. Die könnt ihr was anderes bestellen oder einfach was zu Hause machen. Aber was zum Essen sollte da sein. Chips oder sowas. Irgendwas. Boah, ja. Chips für Monats Energy. Ich möchte einfach einen schön gemütlichen Abend mit euch da machen. Was zusammen angucken. Weil am 23. oder 24. haben wir wenige Zeit. Deswegen machen wir das eine Woche vorher. Ne. Deswegen. Kettcher gibt aus. Genau, genau. Ja, natürlich. Ja, auf einer Seite Pizza, genau. Dazu gab es frittierten Kopfsalat. Oh, lecker. Und geköpften Frittiersalat. Geköpften Frittiersalat. Mit pikanter Käsesauce. Oh, das ist doch meins. Das ist lecker. Super. Auf der Käsesauce, wo noch mehr Käsesauce auf einer Käsesauce ist. So gehört sich das. Käse. Käse. Das ist wirklich nur Käse. Wurde wieder zu Milch und entwickelt sich zu Butter. Jetzt haben wir da frittierten Kopfsalat mit Butter. Lecker. Wer weiß, ne? Hast du schon mal einen Kopfsalat frittiert? Mit Butter? Vielleicht geht das ja. Ich habe ein Video gesehen auf YouTube, wo Doktor Alwissend Salat frittiert hat. Anscheinend ist es nicht so gut. Oh. Doktor Alwissend, oder? Wie heißt der nochmal? Keine Ahnung. Ich glaube, der heißt so. Ja, kann sein. Käse gibt es auch. Ja, und der hat tatsächlich gesagt, der hat auf eine Frage geantwortet, was ist, wenn man Salat hat und eigentlich ein Stützel will. Dann hat der gesagt, man kann Salatstitze machen. Boah. Oha. Geil. Ja. Also, Wolki ist weiter. Wie geht es weiter? Wolki. Oh, nein. Äh, Wolki, bist du eigentlich Wolk von Luchs jetzt? Oder welcher Wolki ist? Guck mal. Es war einst ein einfacher Bauersjunge. Oh. Zwei Mal. Jetzt nicht abladen. Namens Keicho und er war sehr arg. Sehr arre. Em, diese Armut tat ihm nicht gut, deshalb hat er. Meine Armut, ich bin so arm. Oh, nein. Ich kann mein Model nicht leisten, Leute. Ich bin zu arm, bin ich. Sich als erstes Mal einen Luxusurlaub gegönnt. Weil ich arm bin. Was? In Japan mit nackten Mates. Oh, 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 hallo, hallo. Doch die Mates waren in wirklich Transformer, die alles fressen. Äh. In wollten außer süße, pinke Katzen, die neben ihren Kekse aßen. Ja. Und ganz viele von ihnen durchknuddeln. Ja, genau. Durchknuddeln, alle durchknuddeln. Okay, sehr logisch, ja. Ja, sehr logisch. Ach man, lustig. Nein, ich habe nicht so begärt, ob ich jeden von den Küttern bestehen kann. Wobei, reiht hier richtig spannend, aber ich spare ja für mein Model, deswegen. Es war einmal in einem Katzenschloss. Ein Wetcat. Merlin, du bist Wetcat. Wir haben hier drei Katzen. Da passt das. Es war einmal in einem Katzenschloss. Dort waren viele Katzen lost. Denn es war der Stream von Kaiju. Hey, danke schön. Und drei anderen Katzen-Vtubern, die Postkarten verlosten. Die Verlosung war spannend, doch trotzdem. Ach man, das ist, glaube ich, ein better-Stream heute jetzt. Also mit euch macht es so viel Spaß. Es macht super Spaß, super. Die Verlosung war spannend und doch trotzdem. Spielten sie am Ende weiter Gartitz vor. Ja. Es war so spannend, dann machen wir einfach Gartitz schon weiter, genau. Und lebt glücklich, bis der Stall zusammenbricht. Bis der Stall zusammenbricht. Oh, was machen wir denn da im Stall? Dann war er obdachlos und es. 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 Einfach es. Der K2S einfach wieder von vorhin beim Zeichnen. Genau. Das ist wahrscheinlich eine Referenz gewesen. Gut, ich gebe da was dazu. Nico, der Allerechte. Kaicho battelt nach Geld, um seinen Lambo zu reparieren. Geil. Dann kommt eine reiche Nihie und gibt ihm eine. Was gibt es ihm denn? Was gibt es ihm denn? Dann eine Reine oder was? Rolex und einen Porsche. Komm, ich scheiße. Die Rolex fährt den Porsche zum Handwerker. Damit der Handwerker seine zwei pinken Bäume fliegen lässt. Das, was ich hier geschrieben habe, ist echt für die Idee, ja. Die für eine Naturkatastrophe sorgten. Wollt ich jetzt? Naturkatastrophe. Doch Kaicho konnte zum Glück alle retten. Hätten Sie retten den Tag. Ja. Yay. Und so kommt die Geschichte zum Ende. Oh. 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 Das wäre geil, wenn man noch nicht mehr gekommen wäre. Das ist ja perfekt. Das ist ja perfekt. Ja, perfekt. Das ist eine schöne Geschichte gewesen, ne? Ja. Ja. Super. Super. Jetzt mach mir eine Runde gerne mal Animation. Muss man mehrere Bilder zeichnen? Du zeichnest quasi über das andere Bild. Das siehst du gleich. Ah, ich verstehe. Und da musst du die Bewegung reinbringen. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Oha, oha. Okay, wir geben unser Bestes. Äh, erstelle die erste Animation. Ah, okay. Äh. So. Ach, ihr seid so cute. Oh mein Gott. Wie ist das so? Ähm, ich hab's noch ein bisschen. Äh. Vielleicht schon fest bin, wenn du am Montag streamst. Nein, ich muss, ähm. Ich mach immer Sonntag, finde ich. Die nächsten Plan für nächste Woche. Ne? Das fühle ich quasi, wie ich arbeite und dann. Mein Gott, oh Gott. Es ist mir so leid. Es ist mir so leid. Äh, nein. Das kann ich nicht so lassen. Ich hab keine Ahnung, was es darstellen soll. Aber ich hab mir mir gegeben. Und wie war das? Man zeichnet dann einfach drüber, oder? Ja, wahrscheinlich. Du würdest gleich sehen, ähm, die Zeichnung von den anderen, du musst es einfach ein bisschen anders zeichnen, dass eine Bewegung reinkommt am Ende. Ja, da bin ich mal gespannt. Ja. Also, ich müsste es halten, wenn ihr das seht, Leute. Okay. Die Zeichnung. ok ok oh nein wer war das denn? oh nein das kann jetzt niemand nachmachen das ist doch so perfekt gemacht man ich hab nicht, ich hab nicht, ich hab nicht ok ja genau schaffe ich das oh nein wie süß ich mach das kaputt ach und da oben sieht man auch welche Farben benutzt wurden ach nice 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 nein das sieht nicht gut aus also jemand macht das so süß ich will sich kaputt machen eigentlich mir so leid hat jemand so viel mir gegeben nicht 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 ich finde dass der nicht gut schwingt nicht 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 kannst nicht ich glaube es Es ist ein Passage im Gott. Da muss man sich voll konzentrieren bei dem. Ja, ja, ziemlich. Man will es ja nicht versauen. Das stimmt, das stimmt. Boah, ich hab schon eins versauen. Wieso Leute mir so gut zeichnen können, ne? Ich hab eben gewartet, dass man nachträumen kann. Ich glaub nicht, aber man kann ja jederzeit nachträumen eigentlich, ne? Man kann jederzeit nachträumen. Wenn ihr nachträumen wollt, dann macht das gerne. Na. Okay. Ich glaube, das hab ich einigermaßen hinbekommen irgendwie. Da kannst du nicht viel verhalschen machen. Ach, Löffli, ich kann doch nicht so gut zeichnen. Was meinst du ja auch nicht gezeichnet im Leben? Nicht wirklich auch. Aber wenn man das öfter macht, dann hab ich das Gefühl, dass man das vielleicht sogar hinbekommt, ne? Ich sag mal, das Zeichnen ist einfach immer ne Übungssache auch. Ja, genau. Aber das schlimmste Zeichn ist immer noch mit der Maus. Und, und. Oh Gott, ja, das stimmt. Und, ähm, ähm, nur noch die Sache der Geduld und sowas. Oh, ja. Aber ich find das auch so ein bisschen entspannend einfach und dann, dann schaust du auf die Uhren und auf einmal sind so drei Stunden rum und du denkst dir, what? Und? Ich glaub, ich muss Nici mir mal ne Postkarte machen lassen. Ihr könnt das so. So drei Stunden auf ne Zeichner konzentrieren ist richtig krass. Du, ich guck so auf meinen Stream drauf. Ah, 1,5 Stunden, jeder, dann guck ich so drauf. 6 Stunden, verdammt. Du verstehst du, aber bei Zeichnern ist das für mich schwer, sich das vorzustellen. Manchmal geht das. Ja, du versinkst da einfach nicht. Wenn man vertieft ist, ne? Ne, komm zurück, Nika. Wenn man vertieft ist, dann geht das schon, ja. Ja. Ich kenn das beides. Manchmal geht die Zeit gar nicht rum, manchmal so 3 Stunden vorbei. Also, nach dem Stream mach ich quasi in meinem Streamplan für nächste Woche. Oh, 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 shit. Oh. Das ist überhaupt, ich frag ich, ihr kennt es nicht mal. Okay, hopp, hopp, hopp. Okay. Okay. Okay, dann dring, 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 dring dring. Ah, ich muss gleich zeichnen. Bei den Animationen ist es auch schwierig, dass man nicht so viel mit rein macht. Alles klar, Kuchen, ich denke, dass du da warst und bis zum nächsten Mal, ja? Ich bin so gespannt, wie es mir aussehen wird, oh mein Gott, oh Gott, ja, das wird so lustig. Ich muss jetzt Snack essen. Snacki Snacki essen. Bei mir ist es eine Belohnung, dass man mich zum Snack essen bringen kann. Jeden Tag wieder Spritzen der Wahl, 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 Ente. Ente, Ente, der Spritzen der Wahl. Das sieht ziemlich intensiv aus. Das ist das Haus von Nikolaus. Nikolaus. Okay, gut. Das ist das Haus von Nikolaus. 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 Das ist ja ein Da. Das ist das Haus von Nikolaus. Nishi! Nishi! Nishi hat die Tabletze legeret, wirklich süß. Was? Ich nur jetzt gerade abgelegt worden. Die Zappe ein bisschen weiter nach unten geguckt, ist halt normal. Aber ich bin trotzdem sicher, dass ich auch nicht da sein. BAM! Das ist alles normal. Das ist alles normal bei ihr. Das siehst halt so. Ich höre mir danach, Story machen. Story haben wir gemacht und wir können gerne noch mal eine Runde Story machen. Das war ganz schön, das war sehr spaßig. Und nach der nächsten Runde machen wir noch mal die zweite Verlosung, glaube ich. Danke für die 300 fucking Bitties Anime Fan. Danke schön, das ist süßer. Dafür jetzt ein Küsschen. Und ihr kriegt auch noch was. Oh man. Wo ist das Baustell-Tool eigentlich? Das gibt's irgendwie nicht. Da habe ich eben auch schon gesucht. Stimmt, ne? Da habe ich auch gesucht. Das müsste es auch geben eigentlich. Danke fürs Knudeln, ich knudel dich zurück. Äh ne. Das ist ein bisschen dick, der Pfeil sonst. Ah. 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 Dankeschön. Ich versuche nicht mehr wie ein Shrimpy zu sitzen. Das kenne ich. Das kenne ich. Ich kenne nicht irgendwer. Was soll das eigentlich die darstellen? Danke. Danke, Danke. Danke, danke. Das sieht glaube ich nicht mehr so schön dann. So, und herzlich willkommen noch an Enrico, ich hoffe, dass wir viel Spaß bei uns haben. Danke, dass du hier hergefunden hast und ich hoffe, das gibt eine gute Motion irgendwie. Aber das Story wäre echt nochmal. Story macht mir danach nochmal, ja, sehr gerne. Also gerne oben auf den Link draufklicken, wenn ihr mitmachen wollt, an jeden von euch. Das war wirklich viele Details. Ah, Leute. Details. Ja, ne. Okay. Okay. Aber ich kann jetzt nochmal ran, damit das auch jemand wischt, der hier dabei ist, ne. Also, ich kann jetzt auch noch ein paar Mal schauen. Okay. Ich kriege das schon. ich habe den OBS verpackt wie weiter geht nicht und der Chat in stream hat sich auch aufgehangen kann ich jetzt deswegen gibt es die alerts auch nicht kann ich jetzt fixen solange das stream funktioniert ist ja alles okay solange das stream funktioniert ist ja alles okay man sieht den Chat doch nicht bei den Katzen zum Glück ich kann sich einfach so den streamer Rand ausmachen irgendwas hat sich da getan ja weiß ich auch nicht mein PC schwindet momentan eh dauernd dauernd rum vielleicht habe ich gut gemacht vielleicht habe ich auch einfach es ist ja stream elements hier unten der Chat kann man versuchen zu fixen Chat aktualisieren geht leider nicht ich glaube einfach dass die Shoutouts das irgendwie gemacht haben ähm 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 hä ist das ist das hä ich weiß nicht genau dass es da ja da was darstellen soll leider ich mach einfach mal das ist die snühe duklsche dukl Information duklation duklation des kl Пmelk duklation Sie ist glücklich das sp realizar das ist die flache das ist glücklich duklation ich I'm sorry, was nutzt Kogummi? Warum entschuldigst du mich? Ich werde ein bisschen verwirrt, was es darstellen soll. Ich weiß schon, was es darstellen soll, aber was da passiert. Also es ist eine Sportart, ich kenne ihn natürlich. Aber dann geht der Ball, der fliegt ja irgendwie random hin und nicht da oben. Deswegen brauche ich ihn einfach so runterbauen und dann wieder so fertig. Passt schon, passt schon so Leute. Ich bin ja Kogummi. Wann streamst du wieder? Ähm, morgen. Muss ich mal gucken wann. Ähm, ich tue halt später einen Streamplan. Rausschmeißen. Nach dem Stream hier mache ich einen für euch. Ja, und dann müsst ihr ein bisschen gedulden. Dann seht ihr das heute Abend. Ich habe echt schnelle Finger. Ich meine, ich mache nur das gleiche nach und ein bisschen verschoben. Gut, ich glaube auf einmal ist das einfacher tatsächlich. Das stimmt. Gut mir leid für die, die irgendwas tun. Kurumi, du musst dir echt nichts leid tun. Also gar kein Problem. Wir können alle nicht gut zeichnen. Wir sind alle keine Profis. Bitte mach dich nicht selber fertig dafür. Ähm, echt wirklich nicht. Es soll ja nur Spaß machen. Es soll Spaß machen, das ist die Hauptsache. Bitte fühl dich nicht schlecht oder sowas. Mach gerne wieder mit in eine Runde. Na ja. Wir sind hier für den Spaß und nicht dafür, dass sie krass zeichnen oder sowas. Also wenn ich im Maßstab bin fürs gut zeichnen, dann kann jeder mitmachen. Also bitte nicht ähm, falsch. Bitte nicht falsch verstehen. Dass man das, dass man hier krass zeichnen soll oder sowas. Also wie, guck mal, guck mal bitte mich an. Also wie ich zeichne. Dann. Ich gib mal, ich gib, ich gib halt mein Bestes und das war's eigentlich, ne. Man, man versucht immer sich nur zu fragen, was passiert auf dem Bild. Ja. Das war ich mit bei dem ja auch gerade. Ja, das ist so lustig. Ich hab's noch nicht. Ich hab's noch nicht. Ich mach grad grad eine mega komische äh Flip-Animationen. Ich hab grad Party was dann los ich hab jetzt nicht gar nicht gehen. Das ging jetzt schnell. Ah, das ging jetzt schnell. Das war 19. Das war das erste Mal. das irgendwas war das ich vor der zeit fertig war das ist schön besser als ich gar nichts zu entschuldigen gleicher weg war und so mit sachen ach du warst kurz weg jetzt nur alles so gut das passiert auch passiert halt mal man muss kurz weg gehen wir alles leben ist da kein problem also überhaupt nicht alles ganz entspannt ja entspannt enden schon die saune wir werden jetzt nicht sagen dieser nie wieder nicht mach wieder mit gern macht gerne wieder mit wenn es passiert das passiert immer dass irgendwas passiert dass man nicht immer dabei sein kann dauerhaft warum gibt es nicht ich muss ehrlich gesagt irgendwie beruhigt mich das ein bisschen kate show da da fühle ich mich nicht so einsam dass ich nur ich immer technische probleme habe ja du das hat doch jeder das problem hat jeder aber es ist immer so was denkt das andere machen das ist doch viel professioneller mein clip hat sich auf mein klima hat meine clips haben sich aufgehangen mein chat hat sich aufgehangen ich bin froh dass wir noch streamen können überhaupt ich hab mich auch immer wieder wie ich streamen kann ich kann im bild ich kann ich habe bitte jetzt mal hier über die ich weiß ja noch als ich könnte schnell obs neu starten und sowas aber ich finde das ist nicht so wichtig dass die haupt sache wir können diesen darken streamen einfach beobachtet kate show ja nicht wie ich zeichne so die tür ist die tür ausgewechselt also lasst mal gucken wie die animation geworden sind meine animation als erstes was habe ich noch mal gezeigt weiß ich gar nicht mehr ich habe mich gezeichnet ok da kann nico und lea gelassen ok passiert mal wolfie du hast eine zweite hand rein wer ist das denn lea ok ok guacamole arm von keicho sitzt auf dem baum nein nein also bitte nicht nichts ok ok da kommt nico und keichoanstalt ok was passiert denn da jetzt und du reichst mir die hand na na ist süß und jetzt gebe ich wieder tschüss und wieder ok nein bleib hier bleiben hier nie weg gehen es sind high five also ok ich bleib hier Die Animation klappt auf jeden Fall einigermaßen, es klappt ja. Vielleicht mal die Quelle aus- und wieder anmachen, damit es mehr gelangt wird. Ich habe schon auf Aktualisierung gedrückt. Mega. Aber ich kann es ja noch neu hinzufügen, aber ich will es gleich neu hinzufügen, weil wenn nichts mehr funktioniert, funktioniert es eh wieder, also alles gut. Ja. Hinzufügen, also gibt es so einen Aktualisieren-Button, normalerweise fix ist das ein paar Sachen, aber das geht ja gerade nicht, leider. Ist nicht so wichtig. Weiter. Meine Zeit, ich wusste auch nicht, was es darstellen sollte. Da steht jetzt auf jeden Fall SO Not Nietzsche und SO Luffin, das passt, das passt. Okay, so Konzentration, verstehe da noch. Das passt. So. Ah, das ist der Bierkrupp. Eigentlich sollte es ein Muffin sein. Muffin, achso. Awww. Muffin. Ja, ne. Hat man erkannt. Das habe ich bekommen, deswegen dachte ich jetzt ein Bierkrupp und ich habe versucht, da unten in den Schaum runterlaufen zu lassen, hier einigermaßen. Ah. Da bin ich nicht so scheiße aus. Ach cool. Ich habe mir etwas Baffin vorgestellt mit Händes. Hm. Um es zu reinbeißen, weil es noch warm ist. Ja, perfekte Kichetiefer, jawoll. Nun, dass du es großartig machen wolltest. Und äh. Was? Okay. Aus den pinken Ornamenten kam anstatt Äh. Äh. Krass. Süß. Kescho von... Pichori. Kescho. Kescho, ran hier. Ja, mein Bier, mein Bier. Achso. Lass Ampa mal trinken. Nyaa. Und. Okay. Ja, die Version. Ja, geil. Die Katzenmafia. Bamm. So cool. Amp. 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 Ja, das habe ich bekommen. Ich habe es glaube ich nicht wissen, doch. Ich hab am besten versucht, ne. Ich würde versuchen, dass die Katzen nach oben springen. Was war aber gar nicht? Oh nein. Oh nein. Oh nein, Hoselein. Und dann der nächste. Awww. Krallen raus. Okay, okay, okay. Okay, okay. Jetzt nehmen wir nach oben und kriegen einen Kran raus. Und dann noch ein bisschen Tür... Oh, das Herz grabben. Okay, okay. Herz hier bekommen, wie so ein Item, wie so ein Zelt. So ein Item-Gott. Wo kommen die Herzen hier? Da kommen noch mehr Herzen raus. Und man freut sich. Ja, süß. Ja, guck mal. Das ist doch süß geworden. Du bist doch mal ein komisches Zeichen. Ich finde das schon wie gut, dass es gekommen ist. Ja, gell? Mit der Hand hier mal höher. Mega. Das ist schön geworden, ja. Da führst du jetzt zum ersten Mal zusammenarbeiten. Ja, gell? Führst du jetzt bevor es einherlegt. Okay, okay, okay. Geil, geil, geil. Ich hab's so gemacht, da kommt noch mehr raus, ne? So. Warte, warte, warte. Ampa kommt jetzt. So, ahhh. Und dann, guck mal, ich übertreibe. Ich hab den blauen Strich vergessen. Ja, und wir machen die Paprika kaputt. Leer. Das Schadene. Das soll ein Apfel sein. Ein Apfel, achso. Ja. Ja, weg damit. Was? Lass das. Lass das. Lass dir was raus. Oh! Lass ein E-Dien trinken. Deswegen macht der Marge das. Der will das E-Dien zerstören. Das Böse war am Apfel versteckt. Ja. Ja. Das Böse war am Apfel versteckt. Das ist okay. Ja. Ey, das ist doch gut geworden. Ja. Mit der Handbewegung auch, ne? Und dann, zack, nach oben. Das ist gut, das ist schön geworden. Mega. Wie das Haus ruhig, das ist auch so geil. Oh mein Gott. Oh ja, das da. Okay, okay. Ah. Kurumi, mal gucken. Okay, da kam noch mehr, noch mehr Kraft kam da rein. Noch mehr Kraft. Mit Spagat. Ey, flieg mal nach oben. Ich glaub, das ist gar keine... Ich glaub, dass wäre er super seid. Ich glaub, das ist ein Furz, glaub ich. Der furzt sich auf den Mars. Was? Er was? Er was? Er ist aber falsch rum. Er wird gegrillt jetzt. Äh, äh, äh. Plötzlich wurde er riesig. Okay. Ah ne, er ist zur Erde geflogen. Und, ähm, und es kommt ein Boot vorbei. Oh Gott, ist das geil. Das ist doch ganz geil. Und ich glaube, er... Mit jeder Zeichnung wird's minimalistischer. Aber irgendwie klappt das trotzdem zusammen. Und da... Das sieht super aus. Guck mal, er slittert sich auf. Dann springt er auf die Erde. So, bam. Ah. Er macht Body-Klatscher. Auch ein paar Tiefel drauf. Body-Slam auf die Erde. Body-Slam. Body-Slam. Geil. Body-Slam. Body-Slam. Oh, ja. Oh. Da hab ich vielleicht ein bisschen betrieben. Ja, okay. Das war das, was ich meinte. Ja, ich weiß, ich weiß, wie ein Sport das ist. Aber irgendwie... Ach, guck mal. Lacki klopft. 68 zu 69. Ja. Ja. Okay, der. Oh, daneben geworfen. Oh, nicht geworfen. Ach so, okay. Ah, ja, ich bin da. Und... Oh. Geil. Ja, deswegen kam das so rüber. Okay, okay, deswegen. Das hab ich bekommen. Ich dachte, naja, was ist das denn? Nico. Richtig süß. Ja. Na, hab ich gemacht. Okay, ich zeig jetzt mal meine Naht nach oben. Der Ball, okay. Zuerst ist es so richtig detailliert und plötzlich so minimalistisch. Ja, gell. Zack, zack, zack. Das würde sich die Grafik verändern, oder? Das sieht super aus. Ja, gell. Der Ball ist echt gut geworden, ne? Der Ball bewegt sich richtig. Ja, der Ball bewegt sich echt gut. So, sowas geht es sehr gut. Richtig gut geworden, oder? Michi, was hast du denn für eine Idee gehabt? Ich glaube, ich hab auch ein bisschen übertrieben. Oh, ein bisschen übertrieben, ja. Da weiß man nicht, was man bewegen soll. Oh, oh. Sind das jetzt Händen, oder sind das andere Sachen? Das okay ist die Maus, weil ich mir gedacht hab, vielleicht kann man dann irgendwie so so... Okay, happy? Die Maus geht nach links, okay. Ja. Die Maus geht noch mehr nach links. Oh, oh, der kommt da. Ich glaub, ich hab's kaputt gemacht, glaub ich. Ich weiß. Ich hab's kaputt gemacht. Okay. Ich hab's kaputt gemacht. Ja, ich weiß. Diese Augen. Ich hab's kaputt gemacht. Ich hab's kaputt gemacht. Du hörst die Augen. Die Augen plötzlich so richtig rot, ey. Die Maus beißt. Die Maus beißt einfach die Katze. Oder ne Maus? Ne Maus ist das, glaub ich. Ne Maus, die Maus oder Katze. Danke für die Hätten, Frustku. Wie war's denn die Katze reingegangen? Und jetzt hier so zack, die sitzen hier drinnen und dann so, oh nein, ich muss schnell... Die ist hier hinten drinnen, ne? Ich muss springenn! Und das Ding einfach äußert. Die Maus hat jetzt die Katze übernommen. Okay, aber guck mal, was da rausgeworden ist. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Sieht episch aus. Sieht aus, als wird die Maus einfach gebissen und dann kotzt daraufhin auf den Kähn. Oh mein Gott. Oh Mann. Das ist echt so. Nico, der erleichtert. Das ist auf jeden Fall Ampfer. Deine Frau, ich will mit dir retauschen. Na, hey. Prometan. Nein, geh weg. Der Chase ist eine Fliege hinterher oder so. Nein. Was kommt da an? Ich dachte, es sollte ein Hund werden. Schade, dass wir weniger Zeichnungen haben. Aber ist ja okay. Jetzt komme ich an. Oh. Hab ich... Also, äh. Geil. Der Geist ist süß, ja. Aber guck mal, wenn du das Mund gezeichnet hast. Dann wäre das gewesen. Das ist doch cool geworden. Aber es funktioniert auch. Es funktioniert. Es ist wirklich schön geworden. Das ist so geil. Einfach Kate. Als Ampfer dann was ich am Ende. Als Ampfer Transformation zu Kate schon. Okay. Die letzte. Dann machen wir nochmal eine Story. Und dann gibt es eine zweite Verlosung. Okay. Guacamole in Chicken Nuggets. Okay. Minimalistisch ist auch gut. Ja. Plötzlich im richtigen starken Arme bekommen. Und wirft irgendwas. Senpai. Gambare, Gambare, Senpai. Gambare, Gambare. Guck mal, guck mal. Gambare, Gambare. Gambare, Gambare. Okay. Jetzt hat sie plötzlich einen Pfeil in der Hand. Und ich schmeiß den Pfeil. Oh. Ach. 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 Was? Wo machst du die Karotte plötzlich her? Rum. Ich sag das nicht andersrum. Achso. Andersrum. Achso. So rumschmeißt. Ach nein. Hier hast du sie. Von einem Mord zu einem Geschenk. Ist auch sehr schön geworden. Also nein. Das ist meins. Krampfer. Richtig fies. Nein. Nein. Meins. Oh man. Das ist so gut. Alter. Ist auch richtig lustig. Wir machen doch eine Runde Story. Also kommt gerne rein, Leute. Und danach gibt es die zweite Verlosung für heute. Story machen wir. Wir machen Story. Story war super. Danach machen wir nochmal nochmal. Wer rein möchte, hat jetzt noch Zeit. Nur ein bisschen. Anfa am Wobbeln. Dein Haar war wenig so schön. Wobbel, wobbel, wobbel. Meine können das nicht so krass geil. Guck mal, guck mal, guck mal, wie am fast die Haarchen am Wobbeln sind. Wie ist denn Uhu? 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 Und jetzt die anderen noch? Ich bin gleich wieder da. Alles klar. Dann machen wir kurz, dann machen wir kurz, 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 zwei, zwanzig Stunden Pause. Ahja, Ah für eine spannende Runde! Ah ja, eine spannende Runde oben! Genau, genau! Also Ninji ist kurz weg! Ich gucke auch mal, ob ich irgendwas finde. Aber es ist gleich für heute. Ok, sieht aus, als würde er sich gleich den Rücken Da bin ich wieder Ich musste mein Aufladekabel fürs iPad holen Ich habe noch fast 80 Punkte Da müsste bei Kei-Chu reingehen Da hat die Sache bei sich ausgestellt Da muss ich bei Kei-Chu vorbeikuchen Das ist angebrannt, ja Das ist bei Kei-Chu angebrannt Ich mache den Buch mit dem A Nicht schlagen, nicht schlagen Noch nicht, noch nicht, ganz kurz Ich habe nämlich auf dem Akku geschaut Und ich habe das dann so aufgeploppt Und ich so Oh mir ist Ja Ah, U-haha. Eieieie, 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 Eieieie! Eieieieie, Eieiemel! 3, 4 … Nicht il stove flip, il restrictions bleib'n auf dem Boden! Okay, dann wollen wir mal. Ah, was ist? Was ist? Was ist? Wenn du das schon sagen musst, dann hört sich das echt schlimm an. Ja. Oh, ich bin ja wieder da. Ich glaube, er hat mich zu ermuten in OBS. So, ich bin ja da. Deswegen hat Löffli gestrieben K-Taple jetzt da. Ich kann nicht sprechen. Ich bin ja da, ja. Alles gut. Ach! Ich habe drei Fehler. Es ist schlimm einfach, ne? Dieses, äh, die Autokorrektur. Im Wesens, ich habe zu schnell getippt, einen Buchstaben reingepackt, wo ich rein sollte. Ups, oh nein. Ich wollte es löschen. Ich habe die Hälfte gelöscht. Oder ist es weggegangen? Einkaufen. Ich habe die Hälfte gelöscht. Wir machen Volllösen an, ja. Volllösen jetzt an. So. So. Ich habe jetzt halbwegs einen anständigen Satz hingekriegt. Also, ich habe jetzt die Hälfte gelöscht. Bei zwei, drei Pornamen habe ich Angst, dass die mich auseinanderreißen. Rausen. Hä? Auseinanderreißen? Nein, guck mal. Das ist ja auch nicht brutal. Also Ampfer, Milik und Latifu. Die sind die liebesten, nettesten Menschen, die ich kenne. Na, was ist das denn? Außer, die weiß nicht ab und zu mal, aber sonst ist alles okay. Der weiß nicht. Der weiß nicht. Der weiß nicht. Ach, da war ein Kampers. Ich weiß nicht ... Echt nicht. Ich finde, das ist das einfachste. Ich finde das supereinfach. Außer also, eigentlich bin ich echt unkreativer. Aber schreib. Yeah, let's go! Ich schreib so gerne Bullshit. Let's go for it. Was? Das ist... Schreibt man tatsächlich meine Sozialität. Es macht so Spaß einfach, wenn man dann halt alles zusammen liest. Ja, gell. Das ist schon cool. Die Story ist schon sehr cool, ja. Es gibt jetzt in Irals und Spiel, wo du das Papier feitest und dann schreibst. Danke für die Raider, Mulal. Danke, herzlich willkommen. Wie geht's euch? Hey, Mulal. Hallo, hallo. Welcome Raiders. Oh. Äh. Äh. Willkommen. 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 Ja. Willkommen. Wieso? Bei mir stockt gerade alles. Oh nein. Ähm. Ähm. Hallo? Ja, das war uns KfGZ, dass du gewonnen hast. Danke für den Vay, herzlich willkommen. Und viel Spaß. Ähm. Nach der Runde gibt's eine Postkartenverlosung, also wenn ihr eine Chance haben wollt. So ein Kreativ, oh. Ah. So ein Kreativ, oh. Oh man. Man weiß doch nicht mal. Ja, so wie am Anfang, ne? Mhm. Wenn ich falsch verstehe. Richtig? Naja, ich hab's geändert, weil... Äh. Äh. Was ist ein Talagami? Ich will nachher wissen, was das der eigentliche Anfang war. Ja, ich auch. Oh nein. Oh nein. Oh ja. Was ist das Talagami? Äh. Äh. Ich ignorier's am besten. Hm. 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 Hallo, Tabina. Keine Idee, die Süßi. Äh. Ich hab keine Ideen. Äh. 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 Ich hab keine Ideen. Äh. Noch drei Sachen müssen wir schreiben. Ja. Ja. Äh. Stammt. Was? 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 Postkarte... Genau. Die Postkarte hier unten. Könnt ihr gewinnen die da hier. Mit uns dreien picken Gatten drauf. Also viel Spaß. Es gibt gleich zwei zu gewinnen und dann später noch mal eine. Ne? Hallo Mulai. Vielen Dank nochmal für den Weido. Oh mein Gott. Einer glaub ich was Illegals geschrieben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Einer glaub ich nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, wir sind fertig. Oh, Amphi, 5 Stunden. Oh, ich merke es gerade, ich merke es gerade. Man hört dich nicht als Roboter. Aber alles gut, alles gut, solange es noch funktioniert. Danke für die Bankstubs, Enrico. Also, meine Geschichte war zuerst, Kaiso reitet auf Amphi wie auf dem Pferd. Also ich dachte, das mache ich lieber wieder weg. Ah, okay, okay. Dann macht man das einfach so, dachte ich. Sie rennt weg, weil Kaiso Rino ihre Katze klauen wollte. Raute süß. Sie rennt weg, weil Kaiso Rino ihre Katze klauen wollte. Ihre Katze ist Nussbutter, Raute cute. Fangen Sie los. Ihre Katze ist Nussbutter. Und wird saufett. Oha. Oha, okay. Also wird beschlossen abzunehmen. Wann reite ich Amphi? Durch eine Diät aus Double Cheeseburgern. Double Cheeseburger. Double Cheeseburger Diät, geil. Konnte Kaiso sehr schnell drei Tonnen an Gewicht gewinnen. Oh, geil. Der liegt doch locker der Tonne, oder nicht? Alter, der hat aber Hunger. So viel wie der frisst. Wie ein Urlauber im All-Inclusive-Hotel, der noch zusätzlich Frühstück gebucht hatte. Fast ja. Nikolär. Spiegelei und Speck waren auf dem Menü und er war glücklich. Oh, lecker, 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 lecker. Die hätte ich jetzt echt Speck einfach reichen. Von Kaiso rennt Amphi, der hat zu, ich bin fett geworden. Weil ich renne, okay. Von wegrennen zu essen, Leute. Hier, man kann Amphi reichen, bestimmt kann man das. Auf den Rücken drauf und dann rennt sie los. Hier, sie auf Tiefs zocken. Alles klar, Limi-Fan, bis später. Danke für den Lurky. Der Kuchen wanderte durch die Wälder. Der Kuchen wanderte durch die Wälder. Und fand seinen Freund, die Torte. Was ist das für ein Geschenk? Fressen. Schade, schade, schade. Ist ein Wort, was bedeutet, dass man fressen kann? Weil fressen eine lebenswichtige Sachen. Ah ja, ah ja, ah ja, ah ja, ah ja, you could shape a bunny. Hallo, mitmachen. Keine Zeit mehr. Wer hat keine Zeit mehr? Ah ja, 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 ah ja Naja, Aja, 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 Aja. Okay, Niti, was machst du gerade eben mit Zeit? Ich wollte da noch viel mehr schreiben. Achso, nein. Mal fressen eine lebenswertige Sache. Es muss für Nahrung aus dem Müll gesorgt sein. Es muss für Nahrung aus dem Müll gesorgt sein. Doch Nahrung aus dem Müll macht nicht Füll. Nahrung aus dem Müll macht nicht Füll. Bitte weiter. Ja, jetzt muss ich warten, bis das Eier ja durchgelaufen ist. TTS wird meine Eier, ja. Zur Ausnahme 2A-Batterien, die schon sehr alt sind und man eigentlich nicht mehr nutzen sollte. Zur Ausnahme 2A-Batterien, die schon sehr alt sind. Ja, sollte man nicht mehr machen. Doch man benutzt sie aus vielen Gründen trotzdem. Ja, Geld sparen. Zum Beispiel, um sie zu bespielen oder zu bespaßen. Was? Was? Doch er entschied sich, ihnen hat Patz und Brezeln zu geben. Brezeln. Also, wenn ihr mal Ampfer in der Vier treffen solltet, bringt Brezeln auf jeden Fall mit. Eine schöne Brezeln mit Butter. Ja. Also, bitte. Anscheinend, anscheinend. Wie ist das wichtig? Damit könnt ihr sich mal fühlen. So, Ampfer. Nächste Runde. Auf einer Insel mit zwei Bergen. Auf einer Insel mit zwei Bergen. Tanzt Kanil mit Jiggle Animation Kek WXDLOL. Tanzt auch Ampfer, Niii, Latin Fluff und Kaicho dazu. Mit viel Musik und Salsa bewegen sie sich im Takt. Wer ist da? Kaicho stopp, er lehrte und zog alle mit. Wir tanzen. Oh nein, ich hab alle mitgezogen. In den Abgrund. Doch was ist das an dem Boden? Magie etwa? Die Magie der Schwerelosigkeit kommt vom Boden hoch und alle lassen ihre Lieblingsspielzeuge sein. Nein, nicht mein Spielzeug. Und treteten auf sie, raute ich will eine Domina, wo ich das Zeug behe. Rauche und stets Zugriff drauf hab. Was ist so, Elle? Alles klar, das ist ein ganzes Bild. Ich geh nicht rauchen. Ich geh erstmal ne Runde kiffen. Also Leute, also, was ist denn hier los? Okay, hi on live. Okay, okay. Da ist mal diese Cage. Schade, Anthony, wie geht's dir, süßer? Also das geht definitiv nicht. Ja, bitte so Sachen nicht reinschreiben. Ja, also du solltest Spaß machen und nicht mit Kiffen und Rauchen bitte. Ja, da hast du wirklich schon recht. Ne, also bitte sowas nicht mehr in Zukunft. Ja, ein bisschen, ein bisschen aufpassen, weil einfach, einfach so unverfängliche Sachen nicht jetzt irgendwie sowas. Genau. Oder zu sexistisch oder... Genau, genau. Soll er Spaß machen, ne? Pinkende, stinkende Brezelkatze AMF. Leon. Ich kann mal skippen, mein Spaß. Geht einkaufen. Geht einkaufen. Ich hab nur den Buchstaben weitergemacht. Ja, alles gut, ey, mal bitte ne, in Zukunft. Kauft sich ein Kätzchen mit Spielzeug. Ein Kätzchen mit Spielzeug, also beides, okay. Und dazu einen großen Kuchen zum Naschen. Mit Mayonnaise und Barbecue-Sauce Rautiger Camuline Capenus. Okay, alles klar. Leckere Burger auf dem Grill grillen und dazu gibt es Medium-Rest-Tec und Barbecue-Sauce von Gordon Ramsay. Ich wollte gerade sagen, bei mir dreht sich alles rum. Die ganze Story so. Guck mal, mal gucken, ein bisschen. Ist fast so gut wie Ravioli aus der Dose. Einfach so aus dem Fenster. Ravioli aus der Dose ist Kacke. Und Kacke aus der Ravioli ist Dose. Die sind echt mega. Was? Was ist denn bei ihr Fett? Jungkackschlatze auf die Eins. Werbung. Wird dieser Art hätte ihn rausgehauen und war nie wieder gesehen. Okay, das geht's. Da geht's. Die Geschichte beginnt wie jede andere auch. Wie jede andere auch. Excuse me. Ich hab Coole gemacht. Ich weiß nicht wie lange, aber mit Bits quasi ist kein Coole drauf. Weil ich dachte mir, das wird das zu viel gespammt. Das ist mir ein bisschen zu viel. Wenn das so gespammt wird. Und ich möchte nicht, dass die Coole auf die gespammt wird. Deswegen ist der Coole drauf. Es kann manchmal stören, weil es zu oft kommt. Die Geschichte beginnt wie jede andere auch. Als die Geschichte begann. Ich wollte zwei WLAN-Kabel reinpacken, sonst kriege ich noch die Krise. Du willst ein WLAN-Kabel reinpacken, what the fuck? Ich dachte jetzt auch. Was muss ich sagen? Als die Geschichte begann, begann sie. Aber wann endet sie? Ja. Endlich ist er ein Süßer. Deswegen mache ich mal eine kleine Ausnahme. Die Geschichte beginnt wie jede andere auch. Je tiefer man taucht, desto tiefer taucht man. Und erst luftiger wird das Wasser auf dem Mond. Und erst lustiger wird das Wasser auf dem Mond. Na lecker. Na lecker. Na lecker. Das ist interessant. Also es muss nur eigentlich für die Geschichte weiterführen. Man tut keine Geschichte weiterführen mit Na lecker. Hotdog ist auch lecker. Hotdog ist auch lecker. Okay. Ich liebe Hotdogs. Leggy Schmeggy liebe auch Männerdogs. Was geht hier los? Doch Männerdogs waren ausverkauft. Das ist die Blut. Okay, schon hast du ein Haar. Hallo Selimi, wie geht's dir, Süßi? Ich hab keine Haare. Also kaufte ich Männerdogs. Geil. Also Leute, was macht ihr mit euch los? Die haben den besonderen Biss und sind heute bei All die Günst. Aber, aber. Wie geht's dir, Selimi? Wir haben den besonderen Biss und sind heute aber gar nicht alle Günst. Um Niedel zu zeigen, wer der wahre Boss ist. Genau. Denn Edeka ist Kaufland, weil Penny. Ende. Denn Edeka ist Kaufland, weil Penny. Die Ende. Okay. Okay, sehr weird eine Story gewesen. Ich hab ja nicht. Ja. Wie geht's dir, Selimi? Keiche und Ampfer sitzen auf einem Baum. Fehrundschaftlich. Okay, immerhin freundschaftlich. Und teilen sich an A-Opfe. A-Opfe? Der Apfel war aber vergiftet. Oh nein, oder? Oh no. Doch trotz der Gefahr, A-S. Ich kleine Kinderkeck, BXD, real. Oh no. Also bitte, ähm, nee. Leute. Das geht überhaupt nicht. Das geht nicht. Nee. Ja. Nee, so was geht nicht. Rufl, Rufl, XD, Rautiger, Kamul, Nika, Benus. Also dann machen wir keine Story, Story, Runden, Runde mehr. Ja, Leute, tut mir leid. Nee, kein Bock. Nee, nee. Sieht nicht wirklich so aus, als könnte man das machen. Dann hatte er doch Bock. Leider. Dann hat er doch Bock. Auf Fußball spielen in der Bahn. Und laut Deutschrap hören. Es ist so ein bisschen, wenn man lustig ist, ist es okay, aber sowas, das... Ja, nee, also, naja, es soll ja Spaß machen. Nee, doch lieber Visual-K ist besser. Denn die Musik trifft mitten ins Herz. Genau, das tut die Nici. Ich will Kai. Du magst mich, ich will Kai, echt? Ja, ja. Kleiner als drei Kaicho, kleiner als drei Ampfer, kleiner als drei Letten, kleiner als drei Nici. Wolfi, danke schön für die Herzens. Mal gucken, was ist es nochmal gekommen, dann brech mir die Runde hier ab. Ja. Der Lehrer sprach in seinem Kunstunterricht über. Das muss ich leider dann nicht mehr zusammen machen. Ja, weil, wenn sowas öfter vorkommt, dann kann man einfach keinen Gartig-Kunst zusammenspielen. Das ist ja da so, ne? Hm. Der Lehrer sprach in seinem Kunstunterricht über. Palmis Frittes mit Ketchup und ein Bier für den Durst. Dazu noch Spreewälder Gurken. Spreewälder Gurken. Äh, läuft ganz gut aus, dass es gerade ein paar Sachen gab, die nicht ganz so geil waren. Und ein russisches Süppchen-Soljanka darf nicht fehlen. Oh, Soljanka. Die Suppe ist zu kalt und gefriert. Warum gefriert die Suppe denn? Ist es da kalt? Ich habe drei coole Leute. War die ungenießbar. Und ja, rückwürfen die Katzen, ja. Nur Spaß war Knabberbar X-D-L-O-L. Ich bin, ich fühl mich eh wieder. Knabbern schmabbern ist meine Lieblingsbeschäftigung. Erst recht, wenn es pinke Katzen sind, schmecken nach Zucker, wa? Zuckerglatze mit weißer Sosse und Käseblosse, lecker. Zuckerglatze. Doch die Käseblosse war sehr klumpig und war sehr schwer. Ja, genau, Kurumi. Doch die Käseblosse war sehr klumpig und war sehr schwer. Ja, Pichetcho, ja. See. Also Leute, ihr müsst schon was hinschreiben, ihr müsst schon mitmachen, irgendwie. Magst du mal aufs Disco schauen? Mhm. Unseren Chef. Okay. Ich muss abbrechen, weil es kommt wohl noch was ganz Schlimmes. Ähm, deswegen Leute, wir machen keine Story mehr. Das hat jetzt, hat, das hat irgendjemand jetzt euch den Spaß verdorben. Uns auch, uns auch, uns auch, uns auch ein bisschen, ne? Ja. Ähm, deswegen hat doch ja auch jemand gesagt, los, mach schnell los, hopp, hopp, hopp. Nein, 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 also das, ähm, ich zeig da gar nichts mehr. Höchstens zeichnen wir doch was gleich nach der Verlosen am nächsten. Und wenn da irgendwas Schlimmes gezeichnet wird, dann gibt es halt kein Gartifon mehr. Ne, dann gibt es das halt nicht mehr. Dann machen wir, dann machen wir höchstens eine Runde zu viert immer und wir könnten leider nicht mit reinkommen. Das hätte dann leider so. Wir könnten da, ähm, gewisse Leute einfach einladen aus dem, aus dem Stream, aber Nuki will, da hat da Dings recht. Es wäre, es wäre richtig blöd. Ja, also ganz ehrlich, wir hatten so viel Spaß gehabt, ne? Ihr müsstet, ihr habt einfach den Spaß ein bisschen runter gemacht, leider. Ne? Hm. Ich, 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 ich mache einen kleinen Vorschlag. Äh, wie wäre es, wenn wir bei dem nächsten Mal, wenn wir das nochmal machen würden, dass man eine Art Verwerbung im Discord macht, wer überhaupt mitmachen will? Ne, also wir machen es gleich so, wir werden nur reziert, ähm, was, ähm, die, weißt du, wer es war? Es ist, es ist egal, wer es war, aber wir werden gleich nur noch gezierte Einladungen rausmachen von Leuten, die wir kennen und dann dann sonst niemand. Fertig. Das ist eben mein Vorschlag, dass man so eine Art, ähm, auf dem Discord so eine Art Bewerbung machen kann, dass jeder, der möchte, sich da bewerben kann, der mitmachen will. Was, was genau passiert, ist egal jetzt, Kilian, aber ich wäre, ich bin froh, dass es nicht gekommen ist, ne? Weil ich, ähm, okay, jetzt ist ja nichts egal, wir machen es hier nichts, verlosen wir noch zwei Stück und dann machen wir noch eine Runde, normal zeichnen mit nur ausgewählten Leuten, also, ne, also, dann können wir sowas gleich nicht machen mehr. Das ist ja richtig schade. Mhm. Obwohl es so Spaß hat am Anfang eigentlich. Ja, aber es gibt zwei, drei Leute da gerade im Spiel, wo wir ein bisschen übertrieben haben. Ich sage jetzt nicht, was wir gesagt haben, Kilian, das mache ich nicht. Ne, ne. Ist auch, ist auch unwichtig, wir machen sie ein paar Losungen und dann geht's weiter. Okay, ähm, ein Losung. Schreibst du das auch nochmal? Ja, klar. Es gab, es gab so die paar böse Worte, die da nicht so... Ja, genau, und dann hat er Spaß genommen einfach und das, sowas braucht man echt nicht. Oh, der falsche... Ne, ist das Falsche. Aber das Risiko ist leider immer da, ne? Ja. Dann muss ich in Zukunft sagen, okay, man kommt nur rein, wenn ich die Person länger kenne. Genau. Oder, oder wie Fluff schon sagt, halt quasi so... Dann ist mir nicht ab, ist eine Verlosung, ja. Sodass man sagt, man kann dann Leute auswählen, die dann gerne mitmachen würden und dann kann man dann schauen, okay, wir nehmen mal mit rein oder so und... Oh no. Ne, nicht auszulernen, noch schlimmer, find ich so, fast schon, hey, noch schlimmer. Ja. Ja gut, stimmt, nicht, dass da irgendjemand dann traurig ist, ja, das stimmt. Wenn der nicht drin ist. Ja, genau, so, wenn ihr nichts gemacht habt, ne, und, ähm... Jetzt nicht mit, nicht mehr mit, das sein, nicht mehr mitmachen dürft, ne, also alles gut. Ne, aber das würde ich halt irgendwie einschränken jetzt. Und leider bin ich schlecht im Namen merken, deswegen weiß ich auch nicht, wer jetzt gut mitgemachen, wenn ich... So, und jetzt... So. Hast du's okay? Du kannst ja das Album theoretisch zu Ende gucken, ohne es im Stream zu zeigen, und dann siehst du ja, wer das geschrieben hat. Viel Glück euch allen, viel Spaß, wenn man, wenn man weiß, okay, zählen wir bis dann. Ähm... Also jetzt machen wir einen kleinen Webverwerb von diesen Wüstenkarten. Genau. Ja, 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 das ist prima. Wollte ich auch grad sagen, jetzt geht's weiter mit Marbles. Genau, wenn, ähm, so. Und ihr könnt es mit Autositekten Play, äh, weitermachen. Wenn irgendjemand von euch, von der ihr eben die Scheiße geschrieben habt, dann werde ich auf keinen Fall die Person, der die Karte geben. Ähm, kann man irgendwie im Nachhinein nachgucken, welche Runden, kann man das machen? Geht das, wenn man sich eingeloggt hat? Hm, hast du es nicht noch offen? Hm, Moment mal. Also die können sich halt irgendeinen anderen Namen gegeben haben, das ist halt das Ding. Ja, aber... Du kannst ja eingeben, was du willst. Ja, stimmt aber. Nee, aber ich hab's voll geschlossen gehabt. Na, wir schauen mal, wer gewinnt. Man kennt die Namen ja vielleicht auch ein bisschen. Dann machen wir aber gleich, tut mir leid, ähm, ne, geschlossene Leute. Mit Leuten, die wir kennen. Ja. Ja. Das ist bei mir so monochrom. Hängt bei euch, Masha, äh, auchst wie. Irgendein, kein schlauer, gar nicht vor mit uns. Ähm, irgendjemand hat glücklicherweise gesagt, dass jemand was Schlimmes geschrieben hat, deswegen, und zum Glück kam das noch nicht hier an. Ne? Deswegen, ähm, genau. Ich kann mir schon vorstellen, was war vielleicht die Person, die ganz trinkt, wollte, dass sie, dass sie, glaube ich, weitermachen. Äh, auchst du verzeichen play, wenn ihr mitmachen wollt. Richtig, äh, genau, Leute. Äh, 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 genau, Leute. Ja, äh, das muss man manchmal sein, kränken. Da kann man nicht drum rumgehen. Man kann nicht einfach nur alles durchgehen lassen. Ja, das stimmt. Geht nicht, ne? Weil, äh, wenn das... Nicht aber, 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 ja, nicht aber. Aber, ich hab doch nicht aber gesagt. Ne, nicht du in meinem Chat. Ja, ne, es geht halt einfach nicht, wenn ihr so Sachen reinschreibt, die vorhin kamen, ne? Die anderen Sachen, die waren noch ganz, ähm, sag mal so, sehr weird, aber sehr, ähm, weird und noch okay, aber die, was was gekommen wäre, ne? Aber sind ja auch nicht wirklich okay, weil es hat einfach nur Spaß genommen, ne? Genau, das ist Auto-Betechen-Play, wenn ihr eine Postkarte gewinnen wollt, ähm, weil es also viel Spaß gehabt ist für zwei Stunden, es kommt sowas rein, weil ich, ich verstehe nicht, warum Leute mal, ähm, dann so hier reinkommen müssen, so einen Unfug machen müssen. Ich hab keine Ahnung. Oh, hi, bezaubernd. Hallo, wie geht's dir? Schön, bist du hier. Muss nicht bei mir machen, muss bei Keicho machen, oder? Muss bei Keicho machen, nicht bei mir. Genau, bei mir Auto-Betechen-Play, bitte. Also bei mir im Chat reinkommen. Ähm, wir warten noch ganz kurz. Jetzt werden nochmal zwei verloren, äh, ich kann auch direkt alle drei machen, jetzt komm. Ich mach jetzt alle drei, weil, äh, dann spielen wir nochmal eine geschlossene Lobby und dann, genau. So. Hier ist, hier ist, hier ist der, der Link nochmal zu ihm, könnt ihr gerne vorbeigehen und das machen. So viele, so viele, so viele, so viele Katzen da unten. Bezaubernd, Hallechen. Ja. Weil, dann werde ich in Zukunft so machen, sogar, dass vielleicht Watchtime, äh, ein bisschen, darauf kann, wer mitmachen darf, ne? Keicho, was denn, Anthony, was denn? Das ist eine gute Idee, genau. Ja, mit Watchtime und sowas, ne? Mindestens sowieso viel Watchtime. Watchtime ist, 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 ist aus meiner Sicht ein sehr riskantes Spiel, weil es kann jemand viel Watchtime haben, aber trotzdem Mist bauen. Zwiegen Fleck ein bisschen. Hm. Bei mir, ja. Ja, kann sein, weil gerade rotes Internet bei mir. Äh, tut mir leid, wenn ja irgendwas gerade falsch läuft, aber vielleicht kann jemand anderes wie das Studio gleich mal posten, aber ich glaube, es passt schon, so wird es ein bisschen. Mal gucken. Ähm, genau, ich glaube, wir sind alle. Ihr habt noch zehn Sekunden Zeit, ausgezeichnet ein Play zu machen. Also, kommt rein, wenn ihr wollt. 17 Leute sind wir. Also, ein paar mehr als vorhin sogar. Sechs. Fünf. Vier. Drei. 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 Wunderbar. Let's go. Oh, Wolfi, rollt schon mal Sechs und Amphal. Amphal kann nicht gewinnen, leider. Sie bekommt eher eine Postkarte. Also, wir werden auf jeden Fall selber eine behalten. Ja. Oh, Amphal. Das finde ich krass. Ich entscheide, dass ich nicht rückwärts gehen kann und dann runter. Darüber will ich eine Taste? Nee. Ich kann nur mit hochgehen, mit 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 der Taste. Ja was zählen ein Timmy. Ich hoffe das zymiert jetzt. Mir tut auch auf. Keine Ahnung warum es da lädt. Liegt einfach gerade am Internet. Lädt es bei allen gerade Leute? Ja bei mir nicht. Bei mir läuft es. Okay dann einmal F5 drücken bitte. Cache fütter mal deinen Internetantriebshamster. Nee das kann ich gar nicht weil irgendjemand zockt gerade oder sowas. Dich of Legends oder sowas. Wer gewinnt das sehen wir gleich mit Zaubern. Okay Sammy und Ray sind ganz vorne mit Amper zusammen. Und Sammy naked ganz hinten dran. Danke für den voller bezaubernd. Du bist bezaubernd. Ja sehr bezaubernd. Oh hier muss man springen oder runter fallen. Sammy ist so gewinnen. Okay da unten wird noch rumgeschleudert. Die auch kann man nach oben gehen. Mal gucken ob irgendjemand unten den Weg lang geht. Ach ist das wie K schon so. Ja ich glaube mein Internet spielt gerade ein bisschen profaniert. Aber mach mal bitte F5. Schreibt mal rein ob das mal F5 versuchen soll. Oh wait der Fox hat eine große Chance. Ja. Das darf wieder rumgeschleudert. Guck mal da hinten. Oh wait du bist weg. Ich glaube du bist raus oder? Bist du Glück? Nee okay. Dann ist Sabinecki oder Punchineko. Das könnte knapp werden. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Chukumi ist weg. Amper macht es nicht viel gut. Amper ist es als erstes. Ja. Punchi oder Sabinecki. Ich glaube Sabinecki macht es. Ich glaube. Es war. Oh mein Gott. Alter es war eine Minisekunde daneben. Sabinecki gezet. Oh mein Gott. Das war krass. Glückwunsch. 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 War richtig knapp. Also kann ich dir sagen ist kein Troll. Kenne ich. Deine Maussitz. Hallo. Oh cool. Mit dem wir verliehenen macht die rosa Katzen werde ich diese Punkte opfern um die Winnerkarte zu beschwören. Gluckwunsch. Glückwunsch. Gluckwunsch. Guckwunsch. Ah wie. Die enden hat Servineckiki. Wenn du die Postkarte willst natürlich rein schreibt und auch die uns die Adresse schicken, damit wir sie auch verschicken können. Also gern wir schon mal schreiben. Genau. Ähm die Adresse schicken. Ja genau. Ah. Yeah. Richtig cool. Okay. Okay. Also. Man kann ja machen dass man die Sachen vorher durchguckt bevor man sie zeigt. aber eigentlich müsste es also ja also wie heißt ich den Blickwunsch an Sabineckiki bitte die Adresse schicken und wir gehen jetzt zur dritten Postkarte ja ja zu vierten Postkarte 2 gibt es noch zu gewinnen ja heute zumindest, heute gibt es noch 2 zu gewinnen die verlosen aber noch mehr also keine sorge ja das hängt auch sau hinterher also die sind immer noch nicht im ziel bitte mal f5 drücken mal selbst mit f5 ist noch die runde nicht zu ende ja ich sehe gerade rotes enthalten ist ja nicht so geil vor allem wenn man das doch im kollabor es ist eh noch so viel internet des kollaps allein die ganzen die ganzen programme halt was dann im hintergrund immer laufen es kostet so viel internet internet ich hatte normalerweise nie probleme zum wlan aber heute steckt man einfach nicht drin das hatte ich letzte woche auch da ging an dem einen tag gar nichts kein internet nix ich habe das gefühl das internet hat sowas wie ein eigenleben ich habe den vorteil dass bei mir niemand das internet glaubt nur ich selbst vielleicht mal rein weil ihr seid noch da die sind gleich erst mal im ziel jetzt ach so lol also jetzt sieht man dass labina gewonnen hat vielleicht mal kurz beim neustammel ja ja das internet kommt sehr vieles drauf an es sind ziemlich viele baktformen was das internet schlecht macht aber wenn ihr wollt könnt ihr könnt ja jemand von euch mal schon hosten wie du bist du willst wer geht es dann besser ich kann das hosten weil ich bin eigentlich ziemlich alleine und mit dem internet verbrauch daher hatte ich die beste leitung muss aber jeden als freund haben ja das lässt sich machen das ist kein problem genau da kannst du nämlich ähm da muss ich kurz den stream dann könnt ihr gleich mal einfach gleich jetzt passt auf die feuer nur das jetzt ihr macht ihr seid alle bei join und hier oben mach ich dann latin fluff hier rein ich hab ein dingens wo ist wo ist wo ist da nicht oh es macht er glaube ich automatisch oder ne du musst du musst aber ich hab den club oben als 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 haus als als haus rein machen nicht mehr mich ich schicke euch ähm ich schicke euch mein mein dingens mein mein äh wie heißt es noch mal äh steam steam code ja ah scheiße ich hab diesen name und den steam code muss ich noch suchen äh ich guck mal eben ob es dann besser läuft wenn ich dann nicht mehr das ding hauste hier deswegen sind die grenzine gerade weg 1000 sekunden und äh alle gescheitert und geringe latenz außer nach der fünf um weg zu verziehen ich hab bald noch mehr ich esse mein freundes code ah jawoll jetzt muss ich kurz äh noch dingens anfangen genau keine sorge wenn ihr wenn ihr heute nicht gewinnt ähm die verlosen noch mehr als nur die fünf keine sorge genau ausrufe zeichnen clay kommt jetzt sind die da jetzt jetzt bin ich ehrlich da ich hab ja genau also wie lange das gedauert hat ne das ist richtig lange da ja bestimmt ähm 5-6 minuten oder sowas ja das ist richtig delay gerade zu füßen leider oder mal soll ich das sonst geht ja ab wir warten einfach lang genug wir warten aber noch ein paar minuten ist ja kein problem ne wer hat gewonnen das war die liebe niki äh kiki meine ich nicht niki so jetzt muss ich kurz wer gewonnen steht immer hier aber zwei verlosen wir noch leute ein von sie ist auch noch sehr schön mal so viele leute das machen wir das freut dass wir so viele leute sind ja mach ich dass ich mich hoch wie kann ich ich kann ich doch machen dass ich hoste ach ich hab's raus raus wie du warst raus das hat das spiel hier muss jede runde muss nicht sehr musste sich neu einschmeißen ich bin jetzt ich habe mich als host reingepackt ja sehr gut danke dir dasselbe passwort habe ich trainer noch wundervit dann sollte es das passen ähm genau es ist eine nachricht wo genau es wird los jetzt jetzt ich hoffe also ich kann nicht verletzten hast du hast du schon auf dem post gedrückt ich habe ausgedrückt jetzt bin ich oben muss ich okay jetzt muss ich das habe ich jetzt habe ich doch nicht gecheckt habe ich jetzt erst und jetzt schon aber du musst du musst aufpassen man sieht das video und so ich weiß das ist nicht schlimmer und das hier sieht man das passwort sieht man ja nicht genau jetzt sollte es funktionieren das ist nicht so schlimm man sieht also man sieht da echt nix ja ich bin fanboy ja so gesehen schon jetzt müsste es gehen leute können doch auch gleich ein play machen gleich jetzt weiter fixen das problem hoffentlich geht es dann aber ich glaube ja nicht wenn es scheiße ist das scheiße vielleicht kann ich dir damit eine last abnehmen noch warten bis sie aufploppt was man sieht dass du das programm ja eigentlich ist nicht so schlimm wenn man das sieht geht bei dir jetzt ist die erste person aufgeploppt okay okay wunderbar dann schau ich mal nach perfekt okay okay wunderbar gleich sind wir alle wieder da zwei verlosen war noch genau das auf jeden fall habe ich jetzt schon jetzt fehlt nur noch ketchup ich bin da ich bin da bei mir zumindest nicht da ja so sehe ich mich ich bin da also bei mir geht es ich kann zwar auf control für sich und bei dir klicken aber ich sehe dich nicht ich sehe dich auch nicht okay ich glaube es sind alle 21 leute das ist richtig viele starten einfach mal ich weiß ich weiß nicht wie viel verzögerung gehabt jetzt wir starten das game let's go wenn du dich sicher bist oder dabei bist du nicht am besten einfach am besten einfach aus ein play aber jetzt ist es zu spät leider wenn du nicht dabei bist einfach lieber doppelt schreiben als zu wenig ja so jetzt funktioniert es ein game away kommt ja noch das ist die fighting alle teile gibt es noch die chance ist schon fünf prozent wenn du es nicht weißt mach einfach genau das problem ist zeit jetzt geht es nicht mehr ist aber ich glaube das problem ist wir haben so eine verzögerung das sieht man ja 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 es sind alle seltsame vögel aber mein thema ist hauptsächlich vogel thema ich bin ich bin da der außenstehende von den drei hier aber wir hören doch alle zusammen ich ich unterscheide mich nicht nur optisch sondern auch hier und technisch von den treinen hier okay ich wurde netterweise von drei katzen adoptiert ja ja das ist problematisch leider aber es geht trotzdem irgendwie aber ich habe das gefühl das läuft ein bisschen besser seit ich jetzt röster das ist gut was denkt ihr also entweder bezaubernd oder sammy gewinnen selbstmachricht um zu sehen versögerst du das okay kannst du mal gucken wer wird gewinnen sammy oder way es ist ein away away sehr okay ich glaube away gewinnt oder wieso bist du heute zu leise wieso bist du heute zu leise wieso bist du das lachin wer ist leise ja ich bin immer leise wenn ich den stream gucke ach so okay wenn du direkt von mike gehst ne eigentlich nicht ich weiß auch nicht warum das ist also gezählt way du hast die vierte bekommen eine verlosen wollte noch sollen wir das gleich am besten mit der verlosen jetzt machen ja genau die machen wir jetzt gleich ja die machen wir jetzt weil ich glaube auch zu lange machen wir nicht mal einfach mit den streamen versorgen weil wir jetzt rumgeschwappt werden hm weil wir jetzt rumgeschwappt werden hm geil hm 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 dank für den bankstipsy way herzlichen glückwunsch du hast gewonnen bitte adresse schicken zu einem von uns egal wen hauptsache sie kommt an riesige verzögerungen ja 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 ich mach das mal hier oben weg also ich schreibe in den chat rein, ich habe in den chat rein, wenn man sie ausgestreckt play machen kann. ausgestreckt play, ich warte noch mal 10 min geführt, damit die leute das auch... es ist ein bisschen schade im internet, aber was willst du machen, es ist halt internet. ja, die ganze zeit ging es gut, aber jetzt ganz plötzlich bam. play play play, wir warten bis hier so ungefähr 19 leute sind, dann sollten alle drin sein. die meisten sind gerade am gucken, deswegen warten wir einfach nicht. da steht auch mal durchfliegen eigentlich, aber ich komme nicht rein. da ist nur eine sichtbare wand, ich komme nicht rein, leider. oh no. hast du aber auch in game of joint rücken eigentlich. ne ne, ich wollte mit der kamera reingehen, so jetzt. ich möchte auch umgebounced werden, ouch. okay so, bam. ich bin auch jetzt hier drin, in, 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 hier drin. genau, auto decken play, leute. dann verlosen wir die letzte für heute. einmal rein da. hm. bekommt nur der gewählte postkarte. ja genau, nur der gewählte postkarte. also fünf stück deutscher gewonnen werden, also herzlichen glückwunsch. vergift nicht die adresse zu schicken. ähm. ja. jetzt sieht man, dass Ray gewonnen hast. jetzt erst, lol. so lange dauert das. ja. mein gott. ja gewonnen. oh man, oh man. ja gewonnen. oh man, oh man. das ist so dumm eigentlich. hm. 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 aber irgendwie auch lustig. aber das problem ist ja bei langen, langen verzögerungen einfach im dümen drinnen, ne. was nicht ganz so, was nicht ganz so geil ist dann. ja. aber ich hoffe, wir sind vier cuties, die kann man ja gerne. rank ist einfach. ja genau, auto decken play. herzlich willkommen. und hoffentlich die letzte postkarte für heute. okay langsam kommen sie rein. es tut mir leid wegen der verzögerung und alles, da kann ich ja nix für, ne. es ist immer so ein problem. okay. wenn ich ne eigene wohnung hab irgendwann mal ne, dann hol ich mir zwei internet anbieter. wenn der eine ist, zack, ne ich ne andere. aber einfach zwei router. lufi, bist du gemutet oder sowas? ich hör dich nicht mehr. oder sagst du nix? ich hab mich gemutet. ach so, ach so. hups, oh nein. ich, ich wollte den stream im hintergrund muten und hab da bei mich gemutet. also, Leute. oh, es ist mir auch schon so passiert mit dem muten und dann denkt man sich so, ich hab jetzt fünf minuten gelabert, aber da kam nix. auch zugesetzten play, wenn ihr bock habt. da ist ja, da ist ja mit ähnlichem namen wie ich, nichtmals, hä, niemals, das ist jetzt jemanden so einen ähnlichen namen. oh, gibt es zwei davon? jetzt eigentlich. krass, das wusste ich gar nicht. ich kann, äh, oh. ich hab 10, 12.000 kbps, ob das vielleicht möglich ist. okay, alles klar. das ist, das ist ja creepy, wenn du einen doppelgänger von siehst. da, mir rein da, löffle die auch drin. perfekt. lass, 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 lass. lass, 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 lass. jetzt kommen sie alle wieder langsam, kommen sie alle. ja. du kannst es jetzt sehen. perfekt. das ist zeit in so ne wahrscheinlichkeit. vielleicht dein lang verlorener zwilling. die letzte karte für heute, wir verlosen noch mal, noch mal mehr. Moment, ich guck mal ganz, ich guck, ich guck später nach. oder jetzt am besten. so ist perfekt, ja, genau. das ist alles, was wir brauchen. das ist alles, was wir brauchen. bist du dir sicher, Frank? bist du dir da sicher? es könnte ja, es könnte ja sein, dass es einen geheimen, äh, Klon von dir gibt. okay, wir sind bei 18, wir warten jetzt noch ein bisschen und dann geht's los, okay? ja. also Autozeichen play. aber das bürste Zeit ist ja nicht geheim. also jeder schreibt play, also wenn die das gerade geschrieben hat, ne. also eigentlich müsste jetzt jeder da sein. ihr habt noch 10 Sekunden Zeit, also nicht im Stream leider. das ist ja mal 10, ja. ne, also wenn ihr das hört, dann seid ihr schon lang zu spät. ne, ist nicht so gut. aber hey, dann gibt's noch die Zeit. sechs, fünf, vier, drei, zwei. eins, zwei, eins, zwei, eins, vier Glück. wirklich, ich kann mit, ich kann mit die Wahrscheinlichkeit, der Sekund ist ja die Welt der Wahrscheinlichkeit, der Wahrscheinlichkeitsfrage. aber war das nicht mal so dass jeder menschen doppelgänger hat ich habe tatsächlich mal gesehen dass man in schweizer pass sehen kann wie viele leute und anfang ist natürlich eine sehr schnelle katze aber gewinnt schon wieder das wäre krass wenn löffli noch mal eine karte von mir gewinnt er boostet sich aber richtig nach vorne und zieht runter das wäre so krass yarisch mein mod, wer würdet ihr erst machen? er hat es glaube ich gz jahrisch du hast die karte gewonnen gz gz jahrisch er hat die letzte begonnen gz 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 das waren die fünf für heute es wird noch mehr verlust werden also keine sorge wann genau wissen wir nicht wann denn wir zu dritt wieder da sein können genau also am besten dranbleiben wenn ihr auch eine gewinnen wollt dann bekommt ihr sie auch natürlich und da hinten ist das dami er wollte die karten nie haben glaube ich und frank die sind gerade bis in karussell gefangen die fahren in karussell ja karussell ist doch auch gut also kommt ihr da mal raus oder scheinbar nichts das darf ich noch nicht und noch mal eine runde bin ich drin es ist schon vorbei es wird abgebrochen das sieht man nur am ende von wormen genau jahrisch gratulieren gz zu mir dass du auf jeden fall eine eigene wohnung hast das ist sehr schön jahrisch gz also wunderbar das waren die fünf für heute danke fürs mitmachen und ich schreibe ich schreibe ich schreibe noch mal alle rein und ich lese die mal auf gamewear merlino sabine kiki wai de fox fawn und jahrisch bitte adresse schicken dankeschön ouch 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 danke für die herzen ich bin wohl schon drinne ja merlin hat auch schon gewonnen ja auch schon gewonnen merlin ja ach merlin hat auch schon gewonnen wir haben eine große verzögerung ja die verzögerung macht natürlich ein bisschen zu scharf an sich ist nicht so ein problem eigentlich dann hast du eine kohle catcher was die hat hier die kann man bei mir aufsetzen die wird nicht so oft genutzt deswegen das war mein allererster sieg gewesen gerade sehr 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 gute way na mein schnuller den schnuller kann aber gerne amper haben das kann ich nicht ich kann es euch geben verdammt leider nicht ich kann mir selbst eingeben welche farbe rosa rosa da gibt es die fraktion schnuller und die fraktion nicht schnuller richtig ich bin da oben mit schnuller und nicht schnuller genau so muss es auch sein der blau ist ja normal ich habe den blauen genommen ungefähr und fertig die rechte seite ist mit schnuller die linke seite ohne ist bei mir bei mir ist oben unten das ist so lustig das ist voll schräg das einzige was ich habe ist den moustache amper als vor einem drauf rumkauen genau als nom nom man ist auch nicht mehr ganz gerade drauf leider weil ich ihn selbst verschoben habe nam 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 ja ok und ich kann cooler balancieren mal die andere die nachricht raus machen die verzögerung ist doch noch da ähm wolfie deswegen ich habe die verzögerung noch drin deswegen habe ich die nachricht da oben rein genau die ist leider noch die verzögerung ist noch da wir machen jetzt eine runde nochmal und dann ähm was ich aber nur ich schicke die euch mal schickst du der neue der neue link für wer möchte von euch mitmachen ich nehme euch aber nur rein wenn ich euch quasi kenne schon oh god ich muss mich da anmelden hm äh oh no ich gewinne sie einfach bei amper ja amper wir werden nochmal zusammen zu dritt aufnehmen und dann gibt es wahrscheinlich 15 zugeben bei jedem 5 oder so was wahrscheinlich ähm gameback kann gerne mitmachen ja wo ist der link ähm achso 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 aber man muss sich da bei twitchen ja ne okay doch ich will jetzt mich einfach anmelden naja wer möchte noch mitspielen guck mal ähm gameback hat ziemlich schnell geantwortet ne ich glaube es gibt sie da wer will mitmachen wer will mitmachen von meinem chat wer mitmachen ah ne moment alles klar wei bis dann ja ich bin gerade dabei hallo 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 schön bist du hier mal schauen ob es hier läuft genau ich hab da die gabin hier mal mit rein also ich vertraue ich jetzt einfach mal ja ja den kenn ich ähm ähm kannst du ihm dann schicken ich hab deinen discord mit ja genau ich schau bei latinsluft auch mit ja es ist auch sehr sehr gut dass ihr bei allen mitschaut oder bei uns beiden die werden den link nicht hier rein schicken ne weil es gab zu viele probleme gerade eben mach mal den chrome hier an cash shorts und eigenen haare ach nicht schon wieder leider viel spaß im lurky campi viel spaß im lurky campi viel spaß im lurky campi ich hab nichts dagegen aber ich sag mal so die haben vielleicht Freunde deswegen wer noch eine ich ich rufs nochmal aus wer im chat will mitmachen wir werden aber nur die reinnehmen die ähm wir kennen die vertrauenswürdig ist ja genau die lauten die kennen es war zu viel vorhin ganz einfach es ist schade dass man sowas machen muss aber wir machen nochmal eine schöne runde ohne probleme jetzt genau eine schöne kleine feine wir machen das beste draus ja eben das stimmt jetzt da wo wir moment mit dem süßen jarisch willst du nicht mitmachen löffli willst du mitmachen hm von meiner saad ist niemand da dann würde ich sagen ok dann mach mal eine runde wenn noch mitmachen will keine reinschreiben dann mach mal zu 6 weiter das geht ja auch gut genau mach mal eine normale runde genau ah ich muss euch jetzt grad die kronen zeigen hm 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 ja mit dir vertraue ich wenn du mitmachen willst ich vertraue dir du bist du bist zwar neu aber ich vertraue ich wenn du mitmachen willst gib Bescheid hm und in 4 Minuten später auf die Nachricht das an hm 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 das ist aber schick gemacht hier ich muss das darstellen soll dann so internet ich weiß nicht, die liegt doch nicht gut daran, die ganzen striche hier das müsste ein bisschen sehr bemadeschlauig werden das ist Luftquellerei, mein Laptop stockt ja ich habe zu stoppen damit macht nicht was ich will ok 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 also besser klingt das nicht danke für den Lurk Pauki immer noch knapp ok 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 oh hey zwei lücken immer nur willkommen zurück ich sag doch stockt es bei mir alles immer so so Handy erstmal sleep anmachen ja haha ich hätte keine Zeit Oiii oi 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 also also ja Rampax zeig ich mich aber mega süß Werbung, nein, Nelly, nein, nein. Spoilshow kommt von der Arbeitei. Oh, drin. Nicht verlesen. Ich bin immer lost, ich bin immer lost. Okay, das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Ich habe ja den, ah, wo ist, stockt das jetzt schon wieder? Was ist die? Wo ist die Grabe Pizza? Was ist das denn? Oh, schon, so. Hat sie denn so oben noch drauf so irgendwas? Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das Haus aussah, ist schon so lange her. Hier, ain't you, süssi. Tuck, tuck, tuck. Da nicht hier. Besser geht's jetzt nicht. Oh, was? Geht so aus. Oh, verdammt, ist die falsch aus. Komm schon, ich tocke nicht so rum. Ich weiß nicht mehr genau, wie es aussah, Leute. Komm schon. Nein, das ist die, die. Ich glaube, bei manchen haben die Verzögerungen, ne? Manche haben nicht so viel. Manche schreiben mir direkt so rum. Wir gucken bei Martin. Ah, komm schon. Bei mir stockt. Was anderes. Oh, da was? Oh, Gott. Oh, Gott. Okay, den anderen zeichne ich. Den anderen mache ich jetzt nicht. Ich muss noch so, ich muss noch verdammt verdammt. Aber wir sind noch lange nicht fertig. Ich bin so viel Zeit verschwendet. Komm schon, komm schon, stock nicht. Ja. Ja. Wie macht man das nochmal? Pass auf, wie zeich ich mir das nochmal? Ich weiß nicht, wie es aussieht. Fack nicht. Und er ist traurig, weil er ja weggeht, ne? Ja. Ich hab's irgendwie hingekriegt. Oh, sehr gut. Auch wenn mein ganzes Zeug stockt. Ja. Ja, ja. Ja, holst du ja. Das Problem ist, du hast ein Megafilter zu hören. Ja, 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 ja. Schau, aber bei mir ist die Fischzeugung nicht so krass. Bei manchen nicht. Ja, bei manchen ist es anscheinend nicht so groß. Aber es geht, glaube ich, mittlerweile auch ein bisschen besser. Aber auch nicht wirklich. Es geht auf jeden Fall wieder mittlerweile. Ja, okay. Es wird langsam. Süß. Oh nein, wie süß. Äh. Oh nein, wie süß. Oh nein. Was mache ich denn hier jetzt, Leute? Ach du Heilige. Ach du Heilige. Egal, ich muss das weitermachen. Komm schon. Please, please. Ja, 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 ja. Und jetzt. Wie mache ich das jetzt wirklich? Oh mein Gott, leider. Das ist so zwingy. Leute, ich vergesse, wie das aussieht. Egal, man kann erkennen, das ist die Hauptsache. So, ich muss auch direkt ein bisschen bauen. Man kann es erkennen, Leute. Das ist die Hauptsache, das man kann es erkennen. Yeah, drinky drink. Komm schon. Stock nicht. Das Bild bei jedem Zeitestrich stockt. Oh nein. Oh nein, Leute, das ist mir so leid. Oh mein Gott. Wie kann ich so eine Süße hier verhunzen? Okay. Okay. Das hat's besser gemacht. Ich hab wenigstens gegeben meinem stockten Pizzi. Also nochmal Zeichen über, was Riki jetzt ist, der war es. Okay. Wunderbar, let's go, let's go. Ich hab gemacht. Ich hab vergessen, mit... Ich hab den Bruch, trägt Kelch schon mit ihrem starken Arm. Oh Gott. Oh Gott. Geil, Nichi. Geil. Ich hab's probiert. So viel trägt Kelch schon zum Ball. Okay, geil. Yeah. Äh, geh dahin jetzt. Nein, nicht wenig. Ja, ich will tatsächlich beim Ball. Ah, okay. Wie geil. Ich hab's probiert. Ah, süß. Oh, das ist voll süß. Oh, das ist voll süß. Ah, das ist der Speicher, ich so. Oh, das ist süß. Spongebob kommt von der, von der Arbeit heim. Ich hab, ich hab das... Spongebob kommt von der Arbeit heim. Monopoly, geil. Alles gut, alles gut. Geil, Monopoly. Geil. Das Spongebob hier letztes Jahr ist doch grad, wenn wirklich ein Stern war, war zu verrasst. Oh, ein Tuch mit Kirschen. Das kam so aber nicht ganz so an, aber sie sieht mega... Oh, die sieht so richtig gräbig aus. Jetzt war das Erdbeeren. Ja, Erdbeeren. Oh, sie sieht auch lecker aus. Toll. Lecker Mampi-Schoko und Schupporte mit Erdbeeren drauf. Oh, das sieht echt gut aus. Oh, Leute, ich hab mich aus Hunger. Eine Erdbeere am Einkaufen. Frag mich nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ja, okay. Eine Erdbeere kauft Obst und so. Geil. Geil. Ananas. Ich möchte Ananas. Die Ananas. Bye. Bye. Geil. Sehr gut. Bitte sehr, weil ich dich. Big Gamewerk. Keich oder Disco? Geil. Geil. Ich hab doch auf Disco falsch geschrieben vorhin, ne? Egal. Ja, hast du keinen Bein mehr verkörper? Es ist so geil. Keich, Disco, Party, Party, Hals. Ich hab für den Disco falsch geschrieben. Egal. Ja, geil. Mit meiner schönen Schleife auf meinem Bell. Keich oder Disco? Kabu! Und wen haben wir denn hier alles? Hallo, Kabu, wie geht's dir? Dance. Kabu, Kabu, mein arzt lucky. Ja. Lucky, lucky. Ampa kauft sich die größte Brezel der Welt. Boah. Oh, ich will. Ja. Ampa ist nur ein Riesenbrezel. Aber das ist noch 8. Boah. Ja, nice, nice, nice. Da hast du ja echt Mühe gegeben. Ampa kauft sich die größte Brezel der Welt. Wie kommst du denn da drauf? Los. Rätsel zeichnen. Oh, da steht noch Big drauf. Ja, ein Big-It-Bretzel. Das ist eine richtig gute Masse. Ja, es ist nicht etwa eine Brezel, eine Big-Bretzel. Der Dance kann ich auch. Guck mal, Kabu hat's den neuen Dance-Emote. Yay. Sieht mega gut gemacht aus. Ja, weil ich mir gedacht hab, okay, Ampa sieht eine Brezel, die muss ich kaufen. Ja. Ich verabschiede mich schon mal. Er braucht schon nicht eine Brezel. Wenn noch jemand mitmachen will, der vertrauenswürdig ist, könnt ihr gerne mitmachen. Nur vertrauenswürdige Leute. Sonst beiße ich. Genau. Weil vorhin gab es noch ein paar Problemchen leider. Ja. Genau, genau. Ja. Dann würde ich sagen, wir können ja eine Runde, kann man auf jeden Fall noch machen dann. Genau. Ja. Den Eisbrecher wollte noch... Und dann ist Glauben. Eisbrecher kann man machen, ja, okay. Spiel mit nur einem Satz, stelle Frage und hab mit dem Zeichnung der anderen Spaß. Okay, mal gucken. Okay, das probier mal aus. Okay, das ist gut. Du musst nicht mitmachen, du kannst auch richtig gut gucken. Ja, alles gut. Ich glaube, die, die jetzt getrollt haben, sind es auch nicht weggegangen. Das sieht so aus, ja. Ja. Aber dann machen wir doch den Eisbrecher noch. Ja. Ich weiß noch ein paar Sekunden. Ich weiß nicht, wer mitmachen will. Wo ist der Weide? Okay. Ich weiß nicht, wie verzöger ich mich vermanschen habe, deswegen. Die haben wir schon verlost, Kabo, aber keine Sorge. Wir können jetzt schon was machen für dich. Kabo, Kabo! Die haben wir leider schon verlost, aber keine Sorge. Wir haben ja noch genug zum Verschenken und sowas, ne? Und ich habe auch schon alle verdient, finde ich. Kabo, Kabo! Insgesamt haben wir, glaube ich, 50 und 30 verlosen. Also jeder ungefähr sieben, die er so benutzen, so haben kann. Okay, ich glaube, wir machen einfach los. Ja. Letzte Runde dann. Jawoll. Ich will. Ich glaube, wir müssen uns, die zu machen. Ich hoffe, ich kann這樣... Danke für den Leer-Key. Also wir haben 5 Verlust heute, Cabo. Und mehr kommt noch in Zukunft. Ich geh ins Bett, nachtig Süßis. Danke Soldat-Team und gute Nachti. Schlaf schön. Ja, schlaf schön, ganz, ganz schön. Habt ihr den Modus verstanden? Nee, irgendwie nicht. Es geht darum, dass ihr irgendwie eine Frage stellt. Also zum Beispiel, was ist dein Lieblingsessen oder so. Und jeder muss da halt ein Bild zu zeichnen und die Frage... Ach zu, dann machen wir es nochmal. Kann man es irgendwie abbrechen? Ja, die Runde. Äh, ich hab's falsch verstanden. Ja, haben wir alles falsch verstanden. Ich hab's auch... Äh... 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 Jawel. Warte, wir machen nochmal einen neuen Rundeaufgang. Okay. Wie machen wir das? Nee, ich mach... Ich muss einen neuen Link machen. Ach so. Okay. Äh, gut. Eisbrecher ist immer so ein Ding wie so ein Kennenlernspiel. Ja. Ah, jetzt macht es Sinn. Jetzt macht es Sinn, das Wort. Genau. Ah. Okay, dann schließe ich meinen Gertzig von. Was ich mache. Ja. Ich geh auch mal raus. Ah, ich freu mich schon auf den Linky-Link. Ich geh mal raus. Da ist er. Nein, da. Probier noch nicht, ich muss noch warten. Aber ich sage euch jetzt was. Es macht so Spaß, mit euch zu streamen. Ich strebe normalerweise gar nicht so lange. Das finde ich auch, es macht mega Spaß. Finde ich auch, ich bin echt froh, dass ihr alle drei hier seid gerade, also ganz ehrlich. So, ich habe euch geschickt. Euch schickt es auch nochmal. Gameware und wer was macht, glaube ich, das waren alle. Genau. Da habe ich noch Werbung. So viel Zucker auf einen Haufen, ja. Dankeschön, Kabel, du bist auch Zucker Zucker. Also es geht ja darum, dass du eine Frage stellen sollst, wo du den anderen kennenlernen würdest. Also was genau muss man jetzt machen? Was genau muss man jetzt machen? Zum Beispiel eine Frage, was stellst du, was ist dein Lieblingsessen, was ist? Genau. Was ist? Was ist ein Hobby von dir? Es ist so, als würdest du jemanden kennenlernen. So eine Eisbrecherfarin. Richtig. Ich weiß, okay, okay, okay. Okay. Ich kann aber mal Start. Und was wollen noch da eigentlich? Okay, jetzt. Okay, jetzt. Start, okay. Let's go. Ja, let's go. Okay, jetzt geht's los. Jetzt. Und was muss ich jetzt genau machen? Oh Gott. Oh Gott. Muss ich aber darauf antworten, mit Ja oder Nein oder was? Nee, ein Bildseiter. Wo ist jetzt drauf? Achso, okay, okay, okay. Oh, wie zeichne ich das? Hilfe. Oh Gott. Nee, man kann ja später was zu sagen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Nee, man kann ja nicht spielen. Was noch? Oh. Machen Sie ein bisschen. Ich dachte schon mal, habe ich gesehen, als der andere Modi. Alles gut, alles gut. Ich bin auch ein bisschen favorit von dem Modi, muss ich ehrlich gestehen. Das ist ja selbst besser als erwartet. Also Zeichnen, naja, naja. Oh, ich gebe Zeit, es geht um. Ja. Ihr süßt, ihr beiden einfach guckt, wenn du auf dem Tablet runterguckst. Auf jeden Fall süßig. Ich krieg jetzt Hunger. Löffler, 27.000 Punkte erwachsen, die hier ja krass. Sorry, schon mal. Achso, alles gut, Gamer, alles gut. Was ist dein Blutblut? Ähm. Nichts, ich will mal durch. Vorlesen, vorlesen. Oh. Okay. Hm. Ich weiß nicht, ob das Flick kommt wirklich. Lecker. Ich bin jetzt auch mal schwer. Ich nehme einfach mal so einen Kinderfilter, den ich gerne geguckt habe damals. Ich weiß nicht, ob das macht mir egal. Oh ne. Oh ne. Ich kann es nicht zeichnen. Ich will wenigstens zeichnen. Ja, das hab ich auch. Ich bin gespannt. Ich glaub, das erkennt man bei mir auch nicht. Vielleicht, vielleicht kommen wir drauf. Das war aber auch so ne Sache, die hat jetzt nicht so dieses Merkmal, wo man sagen könnte, daran erkennt man das jetzt gut. Hm. Hm. Hast du... Vielen Dank für... den, den, den... Hallo, herzlich willkommen, wie geht's dir? Asti Carlo. Weißt du, ein interessanter Name war? Was? Äh. Asti. Nee, 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 ich hätte auch gar noch machen sollen, verdammt! Cooler Name? Naja, egal, das... ja mein kopf sah es anders aus ok ich sinke in Kato's Gunz oh man, oh man nee, das habe ich schon verkackt ich habe es verkackt die Perspektive und alles ich kann es zeichnen, aber ich bin wahrscheinlich erst um 23 Uhr zu Hause ja, dann machen wir die nächste Runde jetzt, Kato oh, die Zeit ist bald auch halt, 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 halt wie ging das nochmal? oh mein Gott will jemand Krieg ja, bei der einen Frage, ne? ich weiß genau, welche du hast ich, 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 ich mach's ich, ich ich bin ja nicht gleich um, Musti ok ja, es gibt es definitiv einfacher, ja ich mach's das ist schwer zu zeichnen ah 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 ich glaube hm 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 ne, das ist, das ist, das es ist, das geht nicht ah ah ich weiß jetzt mal hm Ich muss mich jetzt gleich beeilen. Ich kann es sicherlich nicht mehr weiter rausführen, leider. Ich glaube, ich muss mich gar nicht so hetzen, eigentlich. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Das, was ich gerne gucke, ist das nicht so schwer zeichnet? Oh nein. Bei mir ist eher die Frage, ich habe zu viele Filme, die mir gefallen. Ja, ja. Sieht super aus, finde ich auch. Ich muss auch. Okay, ist gut, bis gleich wieder. Ich habe, ich weiß, welche ich nicht super gerne mag, aber das Zeichnetze wissen sich nicht. Okay. Ich glaube, da hat jemand die Aufgabe falsch bestanden. Ups. Oh Gott, wie zeichnet man da aus? Oh. Oh! ist gar nicht so leicht wie mach ich das jetzt? mach es einfach mit der, ist egal sieht aus wie Hackbärchen, ich weiß, Leute aber das soll keine sein, dann noch ähm dieses, die Cuties das ist kein Ausfüll-Tool geht, das war schade eigentlich, ne? ja, ok, genau, genau, ja, genau, also ja, bisschen minimalistisch ich lass es so, minimalistisch ist gut oh, ich kann ja auch noch so ich weiß nicht, ob du das wirklich erkennt, aber ich kann ja später sagen, was das sein soll genau das eine ist so, Moment bei mir muss ich definitiv sagen, was es ist same äh 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 es geht aus denen, so Filme, wo man so schlecht zeichnen kann, weil an sich ist logisch, aber irgendwie auch nicht ich kann mich ganz schnell äh oh Gott, ja es ist so schwierig oh Gott oh Gott ne, warte mal, das kommt weg gib doch ein Ausfüll-Tool gibt's das? ach, der Eimer hier, ne? ja stimmt, stimmt ah, ok, ok, ok den hab ich vorher gar nicht gesehen, Leute ne, irgendwie hab ich auch das Gefühl, der war gar nicht da der war vorhin auch nicht da hö, der war voll nicht da, ne? ne, da sind nicht jeder dabei bei der Animation war ich nicht dabei hä? ok ich hab jetzt die kurbel gefragt hm 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 das Ding, ne? wie zeichne ich das? hm hm Pizza mit Pommes, genau hm genau das soll's darstellen aber wie mach ich, wie macht man das? ja, ja, ich hab recht ja, ja, ja hab ich echt Hunger ich lass einfach so, Leute ich lass einfach so, Leute ich lass an die Sachen denke die man, die alles essen könnte man kummelt meinen Magen na, ja, ja da müssen alle mal bald was essen geht und so drei Pfund Pizzen reinschmeißen und dann Appelsbett oh ja du musst immer gucken, wie ich morgen arbeiten muss, ne? hm hab ich ja immer das Gefühl, dass es bei mir grad ein bisschen flüssiger läuft der Stream wieder, ja, glaub ich auch ja, ich glaub der Wald ja, ich glaub der Wald ähm ja, ja ja dann brauchen wir mal den den Elf, den scheiß ich gar nicht schon mal wieder Weihnachten, ne? zeitbar geht, ne? ey, Wahnsinn einfach okay richtig krass toll Pizzapari 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 Ich mach einfach 4er gegen mich, egal zack zack zack. So. Kann ich selber machen, müsste nur vorbeikommen. Soja, Cabo Cabo genau, machen wir einmal eine Pizza-Patte bei Cabo und der backt für uns. Ne, Pizza genau. Das machen wir sehr gerne Cabo. Ah. Nicht viel zufrieden mit meiner Antwort. Ich hab einen Kasten gemacht mit zwei Farben drin fertig. Boah, das hätte ich gerade voll gerne, das was ich gezeichnet habe. Ja, ich will auch Hunger kennen. Das ist richtig übel. Ich glaub bestände was. Aber die Zeitung von den anderen, das macht mich auch hungrig. Oh nein. Kommt eine Sicherheitsverwaltung, das ist richtig leckere Meisterwerke. Oh ja, das glaub ich auch. Leckere Meisterwerke. Nein. Ich bin auf die Auflösung gespannt gleich. Das stimmt. Das stimmt ich auch. Ja, ich auch. Dann lernen wir uns ein bisschen besser kennen. Oder hassen. Wie, du magst das nicht? Es gibt tatsächlich etwas, wo ich gerne mal ausprobieren würde und das heißt Hot Take. Oh, was ist das? Das ist etwas, wo man über Hot Takes diskutiert. Etwas, was nicht sehr verbreitet ist von der Meinung her. Oh. Zum Beispiel, dass jemand gerne Butter auf Käse bacht. Einfach so ein Beispiel. Butter auf Käse? Ist einfach ein Beispiel. Auf Käse natürlich. Das geht, das geht eigentlich. Und dann kann man, jeder kann so ein Topic reinwerfen und dann diskutiert man drüber. Ich bin oft... Das ist voll interessant dann. Ja. Ich bin eigentlich voll... Ich liebe das. Willkommen zurück. Ich liebe solche Sachen. Können wir gerne mal machen. Okay, ich glaube, wir machen Start. Yes. Mütter damit oder ohne Butter. Oha, die Frage. Da brennt, da brennt die Welt. Wie ohne Butter. Das geht nicht. Genau, das geht doch überhaupt nicht. Wie ohne Butter. Nee, direkt raus. Na, ich warte. Ja. Alle hier weg. Mit! Sehr gut Ampfer, sehr gut Ampfer. Ja. Das war richtig fett mit. Nutella-Allergie. Ach nein. Das ist ja schade. Butter Pfui. Ja. Ja. Alle hier mit. Ja. Okay, okay. Immerhin mit 2 Ampfer. Das ist so gut. Was ist dein Lieblingsfilm? Da hab ich so verkackt, ne? Ich hab das so gut im Kopf gehabt, aber... Ich wusste auch nicht, wie ich das zeichnen soll. Oh, was ist das für ein Film? Oh, stimmt. Das ist ein One to eat your pantry. Schweres. Meinst du so schlecht, Juba? Was ist das für ein Film, Keicho? Wir reden gleich darüber. Wir reden gleich oben nach unten durch und dann reden wir gleich darüber. Matrix anscheinend. Ah, den weiß ich genau. Matrix. Gut. Hallo, herzlich willkommen. Ich hab so überlegt... Pirates of Calvian, oder was ist das? Ich glaub, weil ich weiß nicht, was es ist. Ich hab so überlegt... Ich hab so überlegt... Kampfer, wir fangen bei dir an. Ja. Circuli, I want to Japan, Chris. Anime-Film. Ah, okay, okay. Sehr schön. Der ist super. Warum ist das ein Lieblingsfilm? Der ist sehr tiefgründig und sehr dramatisch und emotional und ich liebe es. So Dinge, bei denen man heulen muss. Ich mach's. Ja, geht's halt um eine, die äh... 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 Die sterbenskrank ist, genau. Du hast einen großen Fan in meinem Chat, der das auch mag. Die hat halt Bauchspeicheldrüsenkrebs. Oh mein Gott. Meinst du so dumm, ne? Also... ähm... Ich hab... Ich hab nicht wirklich einen Lieblingsfilm gemacht. Filme, die ich gern geschaut hab als Kind zum Beispiel. Okay. Ich hab versucht, diese eine Hackenszene von Chirus Reis ins Zauberland zu machen, wo die ähm... da durchrennt. Aber ich hab so ein kompletter... Oh, süß! Das ist ein super Film. Ja, Chirus Reis ins Zauberland hab ich mal genommen. Das ist ein super Film. Ich mag aber viele andere Filme auch sehr gerne. Das ist aber auch so eine Film, wenn ich super finde. Aber... Aber das ist so ein Film, wo ich quasi als Kind so oft geguckt hab. Deswegen hab ich das genommen. Meldung, also... Was haben wir hier, Latvinslo? Was genau ist das? Das ist eigentlich die Endszene von Today After Tomorrow. Ah, okay. Oh! Das haben wir noch gar nicht gesehen. Nein! Ich hab... Ich hab den Film tatsächlich viermal im Kino gesehen. Oh, cool! Wow! Und ich hab den Film in einem Jahr mindestens elfmal geguckt. Boah! Nicht schlecht! Ich liebe euch den Film. Das ist... Deswegen musste ich den nehmen. Gefällt mir, gefällt mir. Dann haben wir noch... Ich liebe es nur Katastrophenfilme. Welcher Film genau meinst du damit? Na, ich hab... Ich hab... Ja, ich hab... Ich hab... Welchen Film meinst du denn damit? Wel... Welchen? Dein Film? Mit The Day After Tomorrow? Oder... Ach, meinen! Ja, ja! Ach so! Stimmt! Flucht der Karibik tatsächlich! Ja, genau! Finde ich auch so! Ich wollte das auch erst zeichnen, aber dann... Oh! Mein... Ich hab so überlegen müssen, welchen nehme ich. Ich liebe Filme allgemein, aber... Flucht der Karibik... Ich war da auch... Ich war da, glaub ich, auch beim dritten Teil. Ich war fünfmal im Kino. Wow! Geil! Ich fand die auch super geil, die Filme. Wollte ich mal wieder angucken, eigentlich. So, ähm... Hab ich auch im Kopf gehabt und hab Chiro genommen. Ähm... Matrix, okay. Gaming! Was ist das da hier? Gaming, was ist das? Ja! Ist das, äh... Meiner is your name. Okay, your name. Ist auch ein Anime. Ist auch ein Anime. Ja! Nice, nice, nice. Ich hab ihn auch gesehen, your name. Ist auch nice gewesen. Echt schöne Filme. Wir müssen uns mal zum Filmeabend treffen, dann kommt man Filme zusammen. Oh ja! Das gibt's ja bei mir jetzt nächste Woche. Aber im Weihnachtsfilm gibt's da zwei Weihnachtsfilme. Und, ähm... Und, ähm... Kann man mal so treffen, nochmal so, wenn man Zeit zusammen hat. Ja! Das stimmt. Okay, äh, Funklos. Die Sache ist tatsächlich so, wir hatten ein bisschen Probleme im, im, äh, in der Zeichenrunde. Und deswegen lassen wir aktuell nur noch, äh, Leute, die wir vertrauen, in die ganze Sache rein. Genau. Ich meine, das Evento-Weizen... Evento-Weizen, okay. Kenn ich gar nicht. Aber, hey, das war eine schöne Runde gewesen. Echt schade, ja. Echt schade, ja. Es ist echt schade, dass jemand... Deine Lieblingsbizza? Oh, Lieblingsbizza ging auch sehr viel auseinander, ne? Oh, ja. Ananas-Schinken. Das ist keine Ananas, das ist Käse. Okay. Okay. Ich hab ein bisschen beruhigt. Niti-Kett, äh, äh, Staubpizza. Oh, Tate-Gami, Hack-Hack-Bällchen-Pizza. Ich hab zwei verschiedene... Spaghetti-Pizza. Spaghetti-Pizza. Wir reden gleich drüber. Das ist Salami, da wahrscheinlich. Haha. Ich trenne Ali bis zum Filmen. Ja, okay. Nächste Runde spiele ich nicht mit, aber ich schon... Ähm, ich glaube, wir machen keine nächste Runde. Mal gucken. Was benutzt du da aus? Magst du einen riesen Rand? Oder... Äh, ich hab... Ich hab's verkackt. Haha. Also, man hat eine dritte Mozzarella, Käse und... Es ist Käse, Schinken und Zwiebel eigentlich. Ach, Zwiebel und Schinken. Okay, okay, auch nice. Ja. Oh, lecker. Schinken-Zwiebel-Pizza. Ja. Okay, kann ich mitleben. Ist mir schon nice. Niti-Kett, was soll das erstellen? Ich wusste mich nicht, wie ich Tupfischer zeichne, sondern Pizza. Ach, Tupfisch. Du wirst es auch lecker, ja. Packst Fleisch, Tupfisch oder mit Creme fraiche. Ich finde mich auf Pizza nicht so. Weil ich mag mal einen guten Fisch nicht. Oh, nein. Ja, nicht jeder mag das, aber ist okay. Man kann's essen. Also, eine gute Wahl. Ich hab zwei Pizza außen. Ich hab normale Salami-Pizza und mal Döner-Pizza noch. Oh, Döner-Pizza. Ja. Aber Spaghetti-Pizza ist auch gut. Bestimmt auch so eine Bolognese-Pizza. Mit ein paar Bällchen. Ja, geht's? Das war lecker. Bestimmt. Das ist ja das Gute für jeden. Da hat man so eine Vielfeige so einfach. Gelb mit auch Salami. Und... Hatte hat ähm... Hackfleisch-Mozzarella mit Creme fraiche. Hätte ich auch richtig geil an eigentlich. Oh, lecker. Ich hab' nicht noch nie auf eine Pizza gegessen. Ampfer. Ist das ähm... Paprika mit... Das ist Brizza. Brizze. Mit Knarbrezeln. Ja. Es gibt inzwischen auch richtige Pizza... Brizza, die hat halt so einen Laugenrand statt so einem Pizzateig. Echt? Das kenn' ich gar nicht. Gibt's mittlerweile auch nicht. Hallo, Mulai. Kann man das irgendwo kaufen? Gibt's das kaufen? Pizza ist super. Ja, also bei Edeka oder so, wenn man Glück hat. Brizza. Gibt's auch als Piccolinis. Muss ich mal probieren. Ich bin neidisch. Ich hab' kein Edeka. Ich kann euch nachher mal ein Bild schicken davon. Du kannst mir die Pizza gerne mal mitschicken. Du kannst mir die Pizza mal schicken. Ja. Ich weiß nicht, nach drei Tagen kommt sie warm an. Wenn sie dann auch getauft ist. Zum Essen bereit. Geil. Nächste Runde Stau-Pizza. Die Stau-Pizza. Was ist deine Lieblings-Pasta? Die Lieblings-Pasta. Oh Gott. Das war schwierig. Lasagne, okay. Hab' ich erraten. Ich hätte das auch zeichnen können. Aber ich wollte was anderes. Ganz normal Tomatensauce anscheinend. Ich hab' einfach an Spaghetti gedacht. Die Soße war mir jetzt erst mal richtig. Ähm. Spaghetti mit wenig Soße. Okay. Ich hab' auch hier Spaghetti. Ich hab' auch hier Spaghetti. Normal, normal, normal. Okay. Normal. Mit Ketchup oder was? Okay. Ähm. Was ist das denn für eine komische Kästlichkeit? Äh. Rahmen. Oh ja. Von Kutsu. Okay. Rahmen. Oh ja. Ist Rahmen oder Pasta? Kann man das sagen? Ich weiß nicht. Ernsthaft. Pasta sind Nudeln. Pasta sind Nudeln. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Okay. Es ist ein Pasta-Gericht. Es ist echt italienisch, aber es ist Pasta. Ja, ich dachte, als Pasta ist es zu italienisch klappt. Ja, gut, aber gut. Alles gut. Dann. Lasagne. Ähm. Mögliche Lasagne. Ja, ich liebe Lasagne. Es ist mein Lieblings-Italienisches-Richt. Mhm. Okay. Ampfer. Was kann noch was darstellen? Normale? Äh. Spaghetti. Normale mit Tomatensauce. Naja, die Soße hab' ich nicht bedacht. Ich dachte nur die Nudel-Arsch. Ach so. Okay, okay. Äh. Gemasu. Oh. Nijiket. Auch normal Tomatensauce. Genau, genau. Nein, Ketchup. Ich bin ein bisschen anders. Ich mag ähm. Mit Ketchup schmeckt ja echt gut. Ich mag Carbonara ganz gerne, muss ich sagen. Oh ja. Carbonara ist auch lecker. Aber da muss man das richtig machen. Ja, muss richtig sein, ja. Es muss richtig gemacht sein, ja. Es ist dick gemacht. Es ist dick gemacht. Also sehr. Ramen ist natürlich immer. Ich hätte nicht gewusst, hätte ich vielleicht sogar braten Nudeln genommen. Weil gebraten Nudeln mit Hitsch und Fleisch beste. Ne? Ja, true. Mit Fleischklößchen. Ist auch lecker, ja. Mit Fleischklößchen. Alle Nudeln gehe ich jetzt mega. Nicht alle. Nicht alle. Nicht alle Nudeln gehe ich jetzt lecker. Ja, gerne mit Brezelrand einfach. Aber Ampfer ist eine Brezelbranche. Ja, das ist super. Ja. Ist voll süß eigentlich. Also ich mag auch Brezel gerne, aber. Du willst aber. Einmal Spinat. Ich frag mich eigentlich. Nein, das kann dann nicht sein. Warum du keinen Brezelhut hast für dein Model? Ähm. Oder ein Brezeloutfit. Wenigstens habe ich einen Brezel-E-Mode. Ja. Nächste Runde. Was nicht ist, kann ja noch werden. Das stimmt. Was ist euer Traumjob, wenn ihr einen habt? Drei. Matrix. Ja, Matrix. Kochen. Oder essen, 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 essen. Ja. Essen. Oh. Traumjob essen. Dreamen. Bei mir. Oh. Oh cute. Kindergarten. Kindergarten. Oder ganz viele Kinder bekommen. Ähm. Ich glaube nicht, dass es ein Beruf ist. Zeichnen. Ui. Ne. Sehr schön. Ja. Eine Million Euro Gewinn oder was. Ich glaube Immobilien bekommen. Immobilien. Okay. Also Matrix. Ähm. Was stelle ich mir darunter vor denn? Oder Programmieren. 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 Entdecken wusste nicht wie ich das. Programmieren. Okay. Okay. Perfekt. Okay. Programmieren. Also krass. Ähm. Du willst Wettbewerb essen machen. Lackenflug. Nein. Ich würde gern äh äh äh. Diese Essens bewährter sein. Weißt du? Oh. Meinst du so Tester? Ja. 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 Cool. Einfach überein gehen. Hm. Das schmeckt aber lecker. Ja. Ist ja sowas für mich. Ich glaube ich bin der einzige der Stil genommen hat. Äh. Ich bin so. Ich hab auch von uns gemalt hier. Da hatte ich keine Zeit mehr gehabt leider bei uns beiden. Oh. Ähm. 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 Ampfer. Was soll das genau sein? Kindergärtnerin? Ja. So war die Richtung. Echt? Okay. Krass. Krass. Das ist cool. Ja. Du kannst du auf jeden Fall machen willst. I hope. Glaub an mich. Und Musik möchte mal Zeichnerin werden. Oder allgemein irgendwas mit Kunst. Kreativ. Das ist so cool. Ich wollte unbedingt Mediengestalterin werden. Aber es hat leider nicht klappt. Oh no. Du kannst ja immer noch so Hardworks machen zum Beispiel. Du kannst dich selbstständig machen und dann auch Commissions verkaufen. Genau. Ja. Das habe ich tatsächlich auch vor. So Commissions und so. Und das würde ich auch gerne machen. Ähm. Äh. Niji. Niji. Mach mir mal eine Karte bitte. Ich will mal sehen wie du zeichnen kannst. Ja. Mach mir mal eine Postkarte. Ich möchte eine von dir haben. Gezeichnen von dir. Awww. Ich kann ja einfach dann Zwieren machen. Oh ja. Das wäre ja noch viel besser. Oh ja. Das wäre ja noch viel besser. Awww. Dann verlosen wir die Augen auch. Awww. Okay. Du machst das Niji. Das ist fest jetzt. Kein Zurück mehr. Mach ich. Mach ich. Ey. Wir haben so lange dauert. Auch wenn es 30 Jahre dauert. Mit 50 Jahren tun wir es auch mal los. Ja. Dann treffen wir uns in 30 Jahren hier nochmal. Awww. Wahrscheinlich mit besserer Technik. Weißt du noch damals im Stream. Also Hightech äh. Virtual Diving Zeug. Lass dir gerne Zeit dafür. Dann mach mir das gerne zu viel. Ja. Mhmm. Dann verlosen wir noch mal eine Karte von uns vier. Das ist auch schön. Das ist ein schönes Tier. Oh. Ja. Voll. Ja Immobilienkaufbahn. Genau. Okay. Wunderbar. Letztes. Keicho hast du sein Internet. Ja gut. Awww. Er hat gesagt. Er hat aus Versehen. Ähm. Nicht richtig. Aber ich hab. Awww. Wie. Awww. Aber es ist auch schön. Da kann man Max gucken was ich gezeigt habe. Awww. 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 Wunderbar, Awww. Awww. ." Da kann man sozusagen zeichnen, wie man will. Das ist nix für uns. Das ist was für Leute die zeichnen können. Unverständigen Zeichnungen. Uh! Unverständigen Zeichnungen ist auch nicht schlecht. Sandwich. Wir können das gerne noch mal machen. Dann machen wir so fünf, sechs, sieben Leuten, die wir vertrauen oder sowas. Ja. Das hört sich gut an. Also, aber ich glaube jetzt machen wir keine Runde mehr. Nein. Ich glaube wir gehen in Just Chatting machen so ein bisschen. Oh ja, das ist eine gute Idee. Ähm, ich mach mal wieder im Fullscreen ganz kurz. Wie kriegst du das? Ich hab ja vorhin umgeändert. So. Dann passt das auch hier wieder. Dann können wir uns doch alle mal nebeneinander einrein. Wir können ja alle mal die Models sehen. Die ganz schönen Models sehen, die die Leute da haben. So, ich bin jetzt in Just Chatting übergegangen. So. Muss auch kleiner machen leider. So. Ja. Genau. Es kommt auch die. Ja. Da müssen wir ein bisschen über dem Chat drüber. Ich glaube ich muss noch mal ein bisschen. Ein bisschen zusammen. Ein bisschen zusammen. Komm, wir kuscheln einfach ein bisschen, oder? Ja. So. Guck mal. Das sind die ganzen Models. Ich hab die mal hochgezogen, wenn man sie sieht. Ähm. Ja. Ja. Wir stehen ganz schön in Reihenblieb. Ihr seid so cute zusammen. Das Team ist leider noch bei den Raumberufen. Ja. Ey, ohnehin. Ihr seid wirklich alle so süß, ne? Also ganz ehrlich. Wir selber. Das war, das war, das war, das war, ähm, der schönste Mod meines Lebens, glaube ich. Ja. Vielen, vielen Dank, dass ich mitmachen dürfte, ey. Ich bin so schön. Ach du, überhaupt kein Problem, ey. Ihr seid alle so süß. Wir machen gerne noch öfter was zusammen. Das ist cute, das ist wirklich cute. Vor allem, wenn man so cute, äh, Team, äh, Teammitglieder hat. Genau, genau. Ja. Ah, das Team ist jetzt beim Internet sehr schön. Ja, ist am, am Mittendrin ein bisschen Probleme gehabt mit Internet und sowas, aber es hat trotzdem geklappt alles. Ja, haben sie überstanden. Genau. Also schaut sehr gerne bei den anderen vorbei, ne? Ja. Was hat mir Eichhut noch vor? Äh, duschen, schlafen, essen. Essen, dann essen. Also bei mir ist erst essen. Ja, essen. Und dann gehts ins Bett tatsächlich. Ja. Dann gehts bei mir duschen, duschen und dann muss ich noch ein paar administrative Sachen machen. Ja, das kann ich noch aufmachen. Ja, das kann ich noch aufmachen. Ja, das kann ich noch aufmachen. Stimmt, hab ich auch noch nicht gemacht. Ne, den hab ich schon auf, ich warte auf 9 Uhr. Ja. 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 Ja, genau. Das ist auch so ein süßes pinkblaues Kleid, ne? Und, und wie geht da so viele Schnörkel dran vor? Das ist eine riesen Schleife mit so einem schönen Juwel. Das sieht man ja eigentlich gar nicht so oft, ne? Kann wohl auch ein anderes Outещot mal reinmachen. Guck mal die schlüße ähm, ähm, äh..., äh, ähm, ähm делambutin. Ja, guck mal hier, ist der Ampfer? Ampfer kann man auch ein bisschen größer machen... Na? Weil ein Special Feature ist das anderes. ich habe auch ein ganz special feature ich weiß schon was du meinst ich dachte ich dachte schon nicht das nicht nicht das sexy flügel ich dachte schon was anderes sehr schön sie ist ja doch so doflamingo aus ich bin nicht doflamingo ich bin kein bösewicht ich bin ein bösewicht aber nicht der bösewicht flieg und sieg genau weil lichiköpfer wirklich denken oh lichiköpfer zu weit links und hier mein maskottchen die lichiköpfer ihr habt doch gar nicht meine krone gesehen ich habe eine krone ich kann meinen schwanz runter machen ich bin auch krass ich kann überhaupt nicht viel die zwei können irgendwie viel so chibi jetzt sag mal chibi niji guck mal wie süß richtig ich wo chibi 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 da baby ciche baby ciche ja mein schnulli ja mein schnulli und däckchen wo ich vier hände wo ich plötzlich vier 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 arm habe das ist magic magic ist jetzt noch fattt ist so gut so jetzt kann ich den nächsten auch erstmal geben streamt jemand von stream noch weiter? ich glaube eher nicht, ne? ne nicht. ich mach noch ein bisschen weiter wahrscheinlich. ein bisschen zocken. dann schicke ich die leute zu dir. genau. dann vielen dank, dass ihr da seid. es hat mehr spaß gemacht als alles andere. danke für den tollen stream. danke, dass ihr da seid. alle zuschauer. wirklich schön, ja. und wenn ihr gewonnen habt, nicht vergessen die adressen zu schicken. und ich finde deine kaputte so süß, ne? mit der kaputte sieht sie mega süß aus, Ampah. ja, die sieht so süß aus. guck mal, guck mal hier. ihr seht alle drei so richtig cute aus. guck mal. guck mal in die ständchen Augen, guck mal wie süß. ja. so niedlich. jetzt hast du auch so ständchen Augen wie ich. ab Ampah, weil du bei den Fuß geschenkt. ja, stimmt. ja, das habe ich gesehen, ältere Gami. danke schön nochmal dafür, ne. dass du da, ähm, wenn du, Tadegami, wenn du es nicht mal mitmachen willst, sehr gerne. ne, also ich finde nicht, es ist einfach ein bisschen Saune verdorben leider. aber was wir machen, am ende war es nochmal gut. so. ja. Ampah, 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 die krassesten Gesichtszüge drauf. ja. toll. oh, oh, oh mein Gott. oh, oh. das hast du gesagt, was hast du gesehen Ampah. brezeln, lecker. brezeln, lecker. also brezeln gesehen. ich finde auch von Haarfysis, Ampah sogar die Guides vom Bouncen her, ne. die haare ist schön gemacht von bouncy her mein schwanz bauzt auch den sieht man nur so selten das kannst du denn hoch machen eigentlich wie ich oder nicht ach schade ist ja schön gewesen ja vielleicht irgendwann meiner braucht das auf jeden fall auch schwanz muss immer hochgehen also eigentlich will ich gar nicht aufhören mit euch wir machen mal ein 7 tages team zusammen 24 oder was ja genau vielleicht noch mal so einen abend dann verabschieden wir uns ja sonst können wir ewig rum reden weil ich glaube keiner wird sich verabschieden also sagt noch mal tschüss zu allen guck mal bei jedem vorbei ich gebe jetzt noch mal die latin noch mal einen schönen shoutout es hat so spaß gemacht ja auf jeden fall auf jeden fall und dann alle die da waren im stream ja es war echt viel los ne dank euch drei natürlich kam auch zu mir rüber dann ich glaube der stream war gute analytik später aber von dir es ist nichts mehr streamen bei jemand anderem damit ihr dann das ganze zeug habt ja wir können können abwechseln oder so ja 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 ich bin auch mal weg für heute euch noch alten noch einen schönen abend war auch toll danke dass du da warst und wir sehen uns ja morgen wieder ja genau so ich jetzt jetzt trete ich die leute zu dir rüber Keicho wunderbar ja das hast du gerade eben schon bekommen also das passt schon schön gut ich schließe jetzt den stream für heute ähm ich wünsche euch allen schönen abend genießt es noch und bis zum nächsten mal so ok dann verabschieden ich von euch auch wir machen auf jeden fall so weit wie es möglich also sagt mal bescheid wenn ihr danke für den Weltleitern du bist eine süße ich hab ich gar nicht mitbekommen ui was sind das eine Überraschung du 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 Ich habe jeden Tag jeden Abend Zeit, deswegen an mir liegt es nicht. Sorry. Ne, alles gut, ich weiß nicht, ich habe eine stressige Zeit. Wenn ihr mal sagt, ihr habt ja Zeit, einfach mal sagen, dann machen wir was. Okay, das machen wir. Danke für den vollen Sisi. Ihr dürft euch auch bei mir melden. Genau. Ist das weg, ist das weg oder bin ich von alleine? Ja, okay, gibt Sinn. Du warst ja nicht mehr Host. Ja. Stimmt, stimmt. Aber vielen Dank, dass ihr da wart auf jeden Fall. Ich finde auch den Starting Stream so richtig schön jetzt bei mir auf dem KatoStream Kanal. Das ist also mit mir alle vier drauf. Das ist voll süß. Okay, dann verabschiede ich mich, danke noch einmal. Wir schreiben auf jeden Fall weiter. Machen wir was zusammen wieder.